Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 356. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Marvin. Hi. Und der Herr Basti. Gude und Grüße. Wie der Österreicher sagt, jawohl. Wie der Österreicher. Ja, da sind wir mal wieder, diesmal ohne schmatzende Gartendingsgeräusche. Ach scheiße, ich habe mir mein Provokationskaugummi vergessen. Ich wollte, dass René mich zur Raison ruft. Warum? Ich fand die Folge gut. Ihr habt nur ein bisschen quer durcheinander gesprochen. Es war schwierig zu verfolgen, aber ich fand die Folge sehr angenehm. Hat mir große Freude bereitet im Urlaub am Strand. Vielen Dank. Grüße an Julian und Stefan Reich. Genau. Zwei hervorragende Räste. So, wir haben heute wieder einen vollen Katalog und haben uns ein paar Schwerpunktthemen rausgepickt und wir müssen natürlich, wie es nicht anders da geht, mit dem Thema der Transfers beginnen. Die Eintracht ja aktuell im Trainingslager und haut jetzt hier wieder einen nach dem anderen an Transfers raus. Als erstes am Wochenende. Sebastian Rohde kommt zurück und kriegt einen Vertrag bis 2024. Und jetzt heute. Man hat sich geeinigt mit Augsburg. Der Hinti kommt zurück. Es fehlen nur noch ein paar Details, Kleinigkeiten, was auch immer. Er ist heute zum Medizincheck. Ob in Schräglage oder nicht, wissen wir nicht. Nachdem ja da dieses ominöse, was war es, Volksfest-Video umhergegangen ist. Wir hatten gerade eben in der Vorbesprechung schon spekuliert, ob es vielleicht der Ausstand war, der da gefeiert oder gegeben wurde. Ja, das muss doch auch reich mit Spekulation meinen. Also, ich weiß nicht. Mir wäre es lieber gewesen, das Video wäre einfach nicht rausgekommen. Und wenn man das erklären muss, vielleicht wusste er zu dem Zeitpunkt schon cool, die Nummer hat jetzt geklappt, das hat ihm viel bedeutet. Er hat mit seinen Spielern irgendwie Abschied gefeiert, mit denen zumindest, mit denen er es gut verstanden hat. Mein Gott. Dann soll es so sein. Also, viel schlimmer ist, dass es jemanden gibt, der das filmt, ehrlich gesagt. Und dass die Mannschaftskameraden drumherum stehen, das einigermaßen mitkriegen und nicht zu dem Typ gehen und sagen, ey, halt, um auf, das zu filmen, was ist los? Sauf lieber mit uns, sondern verbreite das jetzt hier nicht, weil das gibt ja nur noch mehr Stress. Ja, das ist richtig. Aber damit zwei große der drei bis vier Baustellen im Eintracht-Kader für diese Saison jetzt erst mal gestopft, oder? Ja, das ist absolut herausragend. Also, ich finde, das Hinteregger, egal wie man es jetzt drehen und wenden will, allein die Tatsache, dass es einfach ein faktisch guter Spieler ist, hilft uns enorm. Wir haben einen Abraham, der ein bisschen älter wird, der ein bisschen schwächer wird, was ganz natürlich ist, der öfter Verletzungen hat. Und mit Hinteregger jemanden zu haben, nicht nur hinterher, sondern ganz vorne dabei, ist ganz, ganz wichtig. Und ja, natürlich sind Publikumslieblingen, wir können auch gleich nochmal über die Genese des Ganzen jetzt sprechen, wie das jetzt auch kam, dass er jetzt doch gewechselt ist. Ich würde gar nicht sagen, dass das so viel mit irgendwelchen Videos zu tun hat und bla und bla und so. Ich glaube, er ist halt einfach faktisch ein guter Spieler. Er hat sich früh zu diesem Verein bekannt. Die waren ganz, ganz früh eigentlich einig und es war nur die Situation zwischen den Vereinen. Und da konnten wir jetzt auch eine Einigung erzielen. Und ich glaube, da hatte vielleicht auch Reuter jetzt auch am Ende vielleicht gar keinen Bock mehr. Aber es ist für die Eintracht enorm wichtig, so viel Qualität jetzt im Kader zu haben. Allein auch Rode und jetzt noch Hinteregger. Das sind Säulen, die dich auf einer gewissen Ebene halten und auch nicht ganz so schnell einbrechen lassen. Für auch in Anführungszeichen dann nur zwölf Millionen. Das ist ja auch noch im Endeffekt, zumindest heutzutage, fast schon ein Schnäppchen. Und ich habe auch gedacht, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, es hat sich ja gezogen wie Kaugummi, es war ätzend. Jeder hat schon gesagt, ach, das wird jetzt eh nichts mehr. Was haben die denn für Vorstellung? Will Augsburg hier 25 Millionen haben oder was ist da los? Er hatte dann auch irgendwann Angst gehabt, dass wir vielleicht kurz vor Ende dann einfach sinnlos viel Geld ausgeben. Also es waren ja dann teilweise Summen im Kopf oder auch in der Runde unterwegs, wo man gesagt hätte, also 20 Millionen für Hindi, so gerne ich ihn habe. 20 Millionen wäre dann doch ziemlich krass gewesen. Da bin ich jetzt mit 12 Millionen natürlich super zufrieden. Ja, die Frage ist, wir wurden auch schon bei YouTube, bei Fußball 2000 drauf hingewiesen. Das wurde natürlich von den Vereinen nicht bestätigt. Wie riskiert es jetzt so rum? Also ich bin gespannt damit. Aber mehr von Quellen, glaube ich, oder? Einmal die Bild natürlich, wie immer, aber ich glaube auch... Da kannst du sowieso nichts glauben, was da drin steht. Naja, gut, aber auch selbst auch Carsten Scheller, ein guter Kollege von mir, hat das auch bestätigt im Endeffekt, die 12-Millionen-Summe. Ich glaube, da ist durchaus was dran. Das wird das doch schon sein, worauf sie sich geeinigt haben. Und das für die Eintritt natürlich mega gut, weil 12 Millionen ist nicht wirklich großartig viel. Also es verwundert natürlich ein bisschen, warum das dann so lange gedauert hat. Also was war dann das Problem? Oder ob Augsburg jetzt noch einen entscheidenden Schritt auf uns zugegangen ist, oder ob man Bonuszahlungen vereinbart hat. Also irgendwas muss ja passiert sein. Kann sein. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen gepokert hat, also dass Augsburg so ein bisschen hoch gepokert hat und darauf gehofft hat, dass jetzt noch irgendwelche Angebote aus England kommen und die jetzt nicht gekommen sind. Und bei den Engländern hört ja auch die Transferperiode schon deutlich früher auf. Die ist ja, glaube ich, nächste Woche oder irgendwas schon rum oder sogar Ende dieser Woche. Die sind ja wesentlich früher dran und dass die Angebote ausgeblieben sind und dass ihnen vielleicht dann da jetzt so ein bisschen gedämmert ist, okay, dann vielleicht lieber 12 Millionen haben als nachher gar nichts. Guter Punkt, ja. Theorie. Kann schon sein. Ja, alles Theorie. Aber mit Bonuszahlungen etc. kann schon gut sein, wenn wir erfahren, was er am Ende wirklich gekostet hat. Ich meine, was ja auch durchaus okay wäre, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, wenn der Kerl noch überragende 20 Spiele hinlegt, dann gibt es halt nochmal irgendwie anderthalb Millionen hinterher. Kann man ja auch von ausgehen, dass er die Kugel dann auch wieder reingespielt hat in der Zwischenzeit. Also das wäre ja dann auch etwas, was verhältnismäßig okay wäre. Aber wie du schon so richtig sagst, so richtig konkret werden wir es nie erfahren und das ist auch gut so. Ja, aber es ist zumindest so, wenn Marvin sagt wirklich, dass es auch aus seriösen Quellen kam, dann werden es zumindest nicht diese, die auch rumgeisterten, die 16 Millionen sein. Also das ist ja schon trotzdem für Eintracht Frankfurt. Bobic hat es auch immer wieder betont, für Eintracht Frankfurt ist trotzdem jede 100.000 Euro wichtig. Also ob du 12 oder 13 oder 15 oder 16 zahlst, ist für Eintracht echt entscheidend, weil du dann an anderer Stelle das Geld noch hast. Und ich meine, das ist für uns immer alles noch ein Batzen Geld, auch wenn wir jetzt das vielleicht denken, weil oh Jovic und bla bla, ist es trotzdem viel Geld. Dann ist es auch gut, dass Bobic sich da von den Emotionen nicht hat leiten lassen, sondern die haben einfach ganz normal verhandelt, haben sich dann geeinigt, weil, glaube ich, alle Parteien eingesehen haben, dass das für alle das Beste ist, weil der Spieler halt für uns einen gehöreren Wert hat als für Augsburg, weil er scheinbar echt Bock hat, hier zu spielen. Und Augsburg kann sich mit dem Geld ja auch einen Ersatz holen, der vielleicht auch besser dahin passt. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt so ist, dass alle Spieler zu Eintracht wollen. Nee, aber es ist jetzt halt mal einer gewesen, der richtig Bock hatte. Und das ist heutzutage in diesem, wir haben es bei Haller gesehen, den man echt in sein Herz geschlossen hat und dann ist er auch gegangen. Also das sind doch Sachen, selbst wenn wir natürlich naiv sind und Hinteregger kann uns auch irgendwann wieder verlassen, aber es sind doch trotzdem Feelgood-Stories, die man auch braucht. Und ich muss sagen, nach diesen ganzen Transfergebaren und diesen ganzen unsäglichen Gerüchten, auf die man sich dann trotzdem wieder einlässt und wo man WhatsApp-Nachrichten schreibt und Sachen liest und hier und da und bla, war das so ein bisschen eine Erleichterung zu sagen, geil, Rode ist da, Hinteregger ist da. Und wenn man das nüchtern betrachtet, ohne diesen ganzen Hype, den man auch hat durch die Eintracht, durch diese Robberpokalsong, das sind zwei richtig gute Verpflichtungen. Das sind zwei richtig gute Bundesligaspieler, die eine Qualität haben, die wir vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht bekommen hätten und die jetzt fest bei uns sind. Sie sind nicht ausgeliehen wie Vallejo damals, sie sind nicht, weiß ich nicht, irgendwie mit irgendwie Mascarell, wo er da irgendwie eine Klausel drin hatte, die er für vier Millionen wieder rauszukaufen, hoffe ich zumindest. Das ist einfach, Rode bleibt lange, Hinteregger bleibt lange, hoffe ich zumindest, da weiß man ja noch nichts. Aber das ist schon eine Ansage und das ist wirklich ein Fundament. Also wir haben hier, erinnert ihr euch noch an die Folge, wo wir über schimmelige Tapeten geredet haben? Ja. So, jetzt haben wir wirklich mal echt ein sauberes Fundament, also so zu den Geil, Alter, das ist hier alles gar nicht so schlimm. Grundierung passt. Ja, ja, das ist so. Da hast du was Gutes gesagt, Basti, ganz kurz nur dazu. Ich finde, wir werden hier auf zwei Ebenen bedient. Einmal, wir haben tatsächlich, das werden Stammspieler werden, wenn sie fit sind und wenn sie ihre Leistung abrufen, bin ich mir sicher, dass sie uns sehr weiterbringen. Trotzdem wird auch das Fußball-Romantiker-Herz hier bedient. Geil, Rode, auch eine absolute Kante mittlerweile, ein richtig geiler Spieler, der richtig sich aufreibt und dann Hinteregger, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Jungs, ihr sowieso mit Hinti Army etc. Also war natürlich bisher alles richtig geil und dass das dann noch zu einem Happy End kam, ich glaube, da kann sich wirklich jeder, auch wenn man heute sagt, der Fußball ist heute alles nur noch Zahlen, Fakten, hier war doch mal was, wo man sagt, ach, das Fußball-Romantiker-Herz wird doch mal wieder bedient. Also sind wir doch alle zufrieden. Das passt auch so ein bisschen zu der Frage, die wir auf Twitter gestellt bekommen haben, wo auch die Frage war, ob dieses durch die Rückkehr der beiden Rode und Hinteregger, ob dieses starke, emotionale Signal für den Zusammenhalt in der Mannschaft des letzten Jahres vielleicht sogar bedeutsamer ist als der sportliche Mehrwert, der ohne Zweifel auch definitiv da ist. Also ich sehe das weiter ziemlich nüchtern und sage, dass es einfach einen sportlich extremen Mehrwert hat. Das ist für mich das Erste. Ich glaube, Bobic würde nichts mehr machen, was keinen sportlichen Mehrwert hat. Also das heißt, wenn ich merke, okay, das ist jetzt eine Feelgood-Story, die mich aber sportlich null weiterbringt, das wäre beispielsweise auch, hättest du auch so eine Story machen können, oh Gott, der verlorene Sohn Sebastian Jung kommt wieder zurück. Das wäre eine Nummer gewesen, die hätte dich null Geld gekostet, weil Rechtsverteidiger-Vertrag ist ausgelaufen, hättest du zumindest auf die Bank setzen können. Das hätte aber sportlich gar keinen Mehrwert gehabt, das hat man dementsprechend überhaupt gar nicht wahrscheinlich angedacht oder hat es nach kurzer Zeit wieder verworfen. Es geht hier primär um die sportliche Komponente und dann ist es halt so, wie genau wie Dennis sagt, passt er halt auch als Integrationsfigur, als Figur, die man halt gerne in Frankfurt sieht, wo man auch das Gefühl hatte, dass die Sympathie beruht auf beiden Seiten. Und dann ist es der Punkt, wo beides ineinander einschließt. Ich glaube zum Beispiel auch, wir reden jetzt ja vielleicht nochmal ganz kurz über Boateng, müssen wir mal schauen, ob wir dazu noch kommen. Aber auch da wäre die sportliche Komponente wesentlich fragwürdiger gewesen als jetzt bei Hinteregger und selbst bei Rode, Rode, der für relativ kleines Geld, wenn sie wirklich die drei, vier Millionen waren, gewechselt sind. Und Hinteregger ist relativ viel Geld, finde ich, aber in Zeiten, in denen wir für halt ein Chor neun Millionen ausgeben, geht es dann halt auch wieder. So ist das ja, genau. Ja, das ist jetzt auch kein 30-Jähriger. Also der ist, wenn der wirklich hier einen langfristigen Vertrag unterschreibt, dann kann es ein Verteidiger sein, wenn er die Leistung einigermaßen abruft, der uns für die nächsten drei, vier Jahre hier sein wird. Das kann quasi so ein bisschen der Nachfolger von Abraham werden, weil Abraham wird auch nicht jünger, haben wir auch schon oft gesagt. Das ist ein wichtiger Baustein und Dennis hat es ja genau perfekt aufgeteilt. Das sind halt einfach zwei Ebenen und alleine, dass es diese zweite Ebene überhaupt noch gibt, ist doch toll. Also es ist doch wirklich toll, weil ich glaube trotzdem, dass Hinteregger trotzdem die Möglichkeit gehabt hätte, nach England zu gehen. Ich glaube aber trotzdem, dass er jetzt zu uns kommt und dass Augsburg sich mit uns einigen musste, lag auch ein bisschen daran, dass er eben ein Spieler ist, dem es nicht egal ist. Er wollte nicht nur einfach von Augsburg weg, weil dann hätte er, glaube ich, auch noch mehr Optionen gehabt nach diesen Spielen, die er für uns gemacht hat, sondern dass er wollte einfach unbedingt hierher. Und man hat wirklich das Gefühl, dass das einigermaßen auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist trotzdem, wir haben es hier oft gesagt, nicht selbstverständlich. Deswegen darf sich jeder darüber freuen. Nichtsdestotrotz weiß auch, glaube ich, jeder, der jetzt diesem Hinti-Hype verfallen ist, dass das nicht der beste Spieler der Welt ist, sondern es ist einfach ein Publikumsliebling. Die gab es immer, Zambrano war auch so einer. Es ist doch toll, wenn es solche Spieler gibt und alle, die sich jetzt massiv über diesen Hinti-Hype aufregen, die will ich so ein bisschen beruhigen. Meine Güte, man muss sich ja auch, man muss sich ja nicht mitfreuen, aber man muss es auch nicht hassen. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sich seine Sache wie diese Hinteregger-Nummer Leute auch spalten lassen. Das fand ich arg befremdlich, muss ich sagen, weil die Leute, die diesen Hype nicht verstehen, zumindest dann wenigstens auf sportlicher Ebene einsehen könnten, dass das ein wichtiger Verteidiger für Eintracht Frankfurt ist, der natürlich Schwächen hat. Aber wir sind aber auch Eintracht Frankfurt und das muss man auch wieder sagen. Wenn der Hinteregger nicht diese spielerischen Schwächen hätte, die er hat, dann würde er nicht mehr für uns spielen. So, das ist trotzdem eine Nummer, das ist für den Leistungsstand von Eintracht Frankfurt echt ein Babatransfer. Also das ist wirklich ein richtig guter Transfer, selbst wenn er einfach ständig den Mund halten würde und keine Hindi-Army-Songs geben würde. Von daher glaube ich, dass das beide Seiten bedient, also den rationalen Fan und den emotionalen. Ja, selbst wenn er der farbloseste Spieler wäre, wäre er rational betrachtet aber ein ganz guter, weil er halt seine Sache sehr ordentlich macht. Also insofern, das finde ich auch, mit dem Spalten finde ich auch sehr lustig, dass du das angesprochen hast. Denke ich auch, manchmal Leute, relax doch, weißt du, man muss ja keine, kannst ja irgendwie die Hashtag muten, wenn es dich irgendwie so nervt oder so, ja. Ich finde es auch einfach eine schöne, man muss auch einfach mal froh sein, dass es einfach mal schöne Geschichten gibt, die einen freuen sich, die anderen sagen, naja gut, whatever. Aber es ist ja nicht so, als wäre das jetzt, hättest du zwölf Millionen rausgegeben dafür, dass Benni Köhler jetzt wieder zu Eintracht zurückkommt. Das ist jetzt schon ein Unterschied so. Ja, Marvin, du sprichst was Gutes an, weil er schließt ja auch eine eklatante Lücke, die wir wieder gefunden hatten oder die sich halt durch seinen Abgang am Ende der letzten Saison wieder ergeben hat. Wir brauchten ja einen Innenverteidiger und wenn du dir den Markt anguckst, ist es schwierig, einen guten zu finden. Er harmoniert ganz gut in der Mannschaft, hat da eine super Leistung gebracht. Also es ist definitiv, es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen und deshalb, Marvin, passt das eigentlich ganz gut, wenn er ein Mittelfeldspieler gewesen wäre und eben nicht diese eklatante Lücke in der Innenverteidigung jetzt ja so prekär gewesen wäre, wäre es vielleicht auch etwas schwieriger gewesen. Ja, super Punkt, super Punkt. Hättest du den x-ten defensiven Mittelfeldspieler jetzt gekauft, ne? Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, das soll jetzt wirklich nicht böse sein, aber hättest du für Boateng jetzt zwölf Millionen in die Hand nehmen müssen und hättest du dann das gemacht, dann hätte ich dir gesagt, okay, dann kann ich die Kritik absolut nachvollziehen. Weil das ist eine Position, gerade auf der er dann normal gespielt hätte, also ich meine, ich rede jetzt über den Prinz Boateng, wenn er im defensiven Mittelfeld, da haben wir genügend andere Leute, er ist auch nicht jünger geworden, da hätte ich jetzt nicht gedacht, okay, das ist jetzt ein Spieler, den wir unbedingt brauchen. Für Lau hätte ich den auf jeden Fall genommen, also hätte ich den total gut gefunden, weil allein als Motivator wäre das eine super Sache gewesen. Aber genau so müssen wir es doch einfach sehen, wir müssen sehen, wo war die Lücke, das ist das Geld, was wir bekommen, der Transfermarkt ist relativ wissend darin, dass die Eintracht ein bisschen zu viel Geld in der Kasse hat, deswegen wollen sie uns alle ganz gerne abzocken. Und dafür hat, das muss ich auch sagen, Bobic einen richtig guten Deal gemacht, wenn es bei den zwölf Millionen bleibt, da ziehe ich auch mal den Hut. Und auf der anderen Seite finde ich es auch fair, dass Augsburg lange versucht hat, irgendwie zu kämpfen und dann irgendwann gesagt hat, okay, das war es jetzt. Finde ich auch in Ordnung, gehört auch dazu, man merkt, dass Reuter auf jeden Fall ein Manager ist, der sein Handwerk versteht. Das finde ich, also Respekt auf beiden Seiten, dass es jetzt auch geklappt hat, ich bin zufrieden. Ich glaube, beide gehen mit erhobenen Hauptes aus dieser Schlacht. Ja, definitiv. Das beruhigt auf jeden Fall, das beruhigt mich und Dennis auf jeden Fall, wenn wir es nächstes Mal von einer Wadenverletzung von Abraham lesen. Ja, das ist so, ja, stimmt. Ja, ist so. Danke, Bobic. Ja, klar. Vielleicht, bevor wir das Thema abschließen, wir haben noch eine Frage von Jochen bekommen, wir haben es schon so ein bisschen angerissen, aber ich will es der Vorständigkeit halber vielleicht gerade nochmal die Frage hier erwähnen und dass wir das Thema da auch noch abschließen können. Und zwar würde ihn interessieren, ob dieser ganze Hinti-Hype so ein bisschen überdreht werden kann und durch all das, was jetzt passiert ist, die Erwartungen vielleicht so immens nach oben gehen, dass er das am Ende gar nicht erfüllen kann. Sebastian, du hattest es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass uns eigentlich allen auch das bewusst ist, dass er jetzt nicht der nächste Sergio Ramos ist, sondern nach wie vor Martin Hinteregger. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich ihn da ein bisschen beruhigen kann, weil das wird auch wieder abnehmen. Die Eintracht wird jetzt Geschichten erzählen, die Geschichten werden ab jetzt auch wieder auf dem Platz erzählt und die werden nicht nur von ihm erzählt, er ist einer von elf Spielern oder von 15, 16, 17, die dann immer spielen. Weil das wird jetzt nicht so sein, dass jedes Spiel alle Leute nur Hinteregger schauen, nein. Es ist trotzdem einfach so, es war jetzt so, weil er einfach rauskriegen war, es war eine besondere Situation. Es wird auch wieder abflachen und sich quasi, ja, dieser Hype wird sich auf diese Saison verteilen und dann ist er dann quasi in einem einzelnen Tag nicht mehr so groß. Und es ist auch wichtig, dass dieser Hype ein bisschen weggeht, weil die Erwartungen an ihn, die sind ja dann auch nicht gerechtfertigt. Es ist einfach eine Feelgood-Story, das feiert jetzt jeder. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt in einer Woche ein anderer Brocken verpflichtet wird, dann verteilt sich das auch wieder auf andere Schultern. Und dann, weil man weiß nicht, was mit Rebic ist. Es gibt ja so viele Storys, die dieser Eintracht erzählt, da ist ja eine davon. Aber nichtsdestotrotz wird es auch Standing Ovations geben, wenn Hasebe mal wieder einen abläuft oder abgrätscht. Also es ist ja nicht so, es war ja auch in der Rückrunde nicht so, dass die Mitspieler genervt davon waren, sondern die haben es ja eh mitgefallen. Wir haben alle die Videos gesehen, wie die durch den Gang gelaufen sind und der Guzman und Williams hinter die Arminau gesungen haben. Das ist einfach, glaube ich, auch ein Spieler, der der Mannschaft gut tut, weil er auch ein cooler Typ ist. Ich glaube einfach, dass dieser Hype bei jedem auch nicht dazu führen dürfte, dass er überbordende Erwartungen hat, sondern einfach nur, dass wir einen richtig guten Verteidiger kriegen, der natürlich auch Fehler macht. Hat er aber auch übrigens in der Rückrunde gemacht, wo wir ihn alle so gefeiert haben. Von daher, ganz normale Erwartungen haben, sich jetzt freuen, dass er wieder da ist, dass wir ihn, wie Marvin es gesagt hat, zu einem sehr, sehr guten Preis gekriegt haben, dass die Verantwortlichen beide nicht ihr Gesicht verloren haben. Kein aller zu großen Hass zwischen Augsburg und Augsburg werden wir auch ganz schnell wieder vergessen, das garantiere ich euch auch. Fabloser Feind, von daher. Ist doch eine geile Story jetzt und es wird auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Sachen geben, auf die man sich stürzen kann. Weil ich glaube auch, und da werden vielleicht Marvin dazu vorhin auch mal ein bisschen angeteasert, ein bisschen drüber sprechen, es wird auch nicht der einzige Transfer noch bleiben, glaube ich. Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, wir müssen da auch alle ein bisschen Awareness schaffen, dass es am Ende des Tages auch sein kann, dass die Saison trotzdem schwierig läuft. Ja, eben. Und dass halt alles überhaupt gar nicht so funktioniert und dass jeder mal Fehler macht. Aber dann ist es ganz gut, wenn wir jemanden in der Hinterecke haben, an dem wir uns aufrichten können, der dann vielleicht auch so ein bisschen derjenige ist, der dann irgendwie uns da wieder auch ein bisschen alle pusht. Weißt du, du brauchst ja in der Mannschaft immer irgendwelche Charaktere, an denen du dich reiben kannst. So wie es bei Hinterecke der Fall ist, so wie ich auch immer denke, dass man auf der einen Seite manchmal sauer auf Gacinowitsch sein kann, aber auf der anderen Seite wieder denken, geil, was der Junge drauf hat. So Leute brauchst du dann halt auch im Team. Ja, und genau so ist es halt wichtig, dass es halt nicht eine gleichförmige Masse von irgendwelchen Fußballspielern ist, von denen du übermorgen gar nicht mehr Namen weißt. Und ich glaube, das ist wichtig. Nicht mehr, nicht weniger haben wir bekommen. Und ich glaube, dass wir einfach stabiler sind. Und das muss man halt unterm Strich sagen, mit einem Rode, mit einem Hinterecke durch eine möglicherweise schwierige Saison zu kommen. Aber Leute, sind wir doch mal ehrlich, die Erwartung von der Eintracht oder den Eintracht-Fans ist doch immer, wenn die Saison losgeht, wir werden Deutscher Meister. Wir spielen Europa League, das heißt, wir kommen um jeden Fall sehr, sehr weit. In dem Fall gewinnen wir sie. Und im DFB-Pokal sind wir auch ganz hinten. Dann kommen wir an der Anfang der Saison und dann merkt man schon, dann flacht das alles ein bisschen ab. Das ist wirklich deine Erwartung. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte immer eigentlich Angst, dass wir absteigen, ehrlich gesagt. Das war eigentlich so die erste Gedanken, die ich immer hatte. Also ich finde schon, sobald ein bisschen ein Spielfluss drin ist, dann kommen ein paar. Du merkst doch, die sind ja alle sehr, meine Erwartungen, meine Erwartungen im Sinne von, ich habe mich eigentlich als Fanmasse gesehen. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt. Ich muss sagen, wir sind sehr, ja, fragil ist der falsche Ausdruck. Es ist sehr volatil eigentlich. Am Anfang finde ich schon, dass die Leute auch sofort auf so einen Hype mit aufspringen und den ja im Idealfall dann auch halten können. Die Eintracht lebt ja auch so ein bisschen davon, dass die Fernseher anpeitscht und da richtig Lust haben und so weiter. Aber, und das wollte ich eigentlich damit sagen, dieses ganz nach unten, dass jeder total deprimiert ist und jetzt haben wir da die Spiele, da muss schon viel passieren. Und ein Hinteregger, der auch in der letzten Saison, darauf bin ich eigentlich, deshalb bin ich darauf gekommen, in der letzten Saison auch ein paar schwache Spiele hatte. Durch diesen ganzen Hype um ihn und so weiter gab es, zumindest war ich ihm dann gar nicht so sauer aufgestoßen, dass er dann mal kein gutes Spiel gemacht hat, weil er doch mit Rippe gebrochen und was weiß ich und Finger und was er alles hatte. Und er sich da auf den Platz geschleppt hat, im Endeffekt diesen Hype, ich habe Bock für den Verein alles zu geben. Ja, das ist doch eigentlich das, was wir erwarten. Wir erwarten eigentlich doch immer die Leistung, dass alle ihr Bestes geben. Und in Frankfurt ist es doch wirklich so, noch, finde ich zumindest, eine der Vereine, die irgendwo spielen dürfen, eine tolle Leistung bringen und wo die Fans dann richtig mitgehen und nicht sofort dann draufgeprügelt wird, wenn mal ein Spiel nicht so geil ist. Ja, genau. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, das war schon. Nee, nee, es gibt ja bestimmt einige Fans, die da denken, wir gehen jetzt in die Bundesliga zusammen und werden deutscher Meister. Ja, aber ich glaube, das ist auch nichts, was wir exklusiv jetzt als Eintracht-Fans gepachtet haben. Und das erlebst du wahrscheinlich auch bei Köln, Leverkusen, Schalke und sonst wo. Ich habe das immer anders erlebt, ehrlich gesagt. Ich habe immer diese, Eintracht-Fans sind immer pessimistisch und sage, die steigen nicht ab. Also so, bis vor zwei Jahren war das bei mir noch so, dass ich jede Saison gedacht habe, oje, oje, hoffentlich steigen wir nicht ab. Bis vor zwei Minuten war das bei dir noch so. Wenn sich das verselbstständigt, dann bin ich bei Dennis, das hat sich auch immer schnell wieder gekippt, bist du dann irgendwie als Abstiegskandidaten die Saison genommen, warst plötzlich in der Hinrunde, warst du siebter und denkst, ja geil, jetzt können wir angreifen. Und dann wurden wir immer wieder enttäuscht. Ich glaube, was Dennis mit dieser Stimmung kann in beiden Eintracht echt schnell schwanken zwischen, ja, da ist nichts von wegen grau, sondern das ist entweder geil, jetzt geht es nach oben oder zack, wir steigen ab. Das ist ja auch eigentlich ganz geil zu denken, ey, du hast auf jeden Fall immer Emotionen drin, so eine richtig langweilige Saison, da erinnere ich mich eigentlich nicht dran. Und ich glaube einfach trotzdem, das ist für mich jetzt komplett neu, vor dieser Saison ist es so, ich denke nicht, dass wir absteigen. Ich hoffe, das fliegt uns nicht in die Augen. Ich gebe dazu keinen Kommentar. Ich hoffe, Marvin hat noch kein Trikot geschenkt bekommen. Zum Glück. Das sollte auch so bleiben. Das ist gut. Ein Gold. Das ist auch geil, wenn Leute Geschenke nicht wollen. Ja, ja, genau. Also schenkt dem Marvin ein goldenes Trikot. Nein. Willst du, dass die Eintracht absteigt oder was? Nein. So, wir hatten es schon so ein bisschen angeteasert, wir haben noch so ein paar Lücken im Kader, ihr hattet das gerade eben schon mal so angedeutet, so nach dem Motto, wir brauchen noch jemanden, der laut spricht und so weiter. Das ist ja eigentlich so klassisch die Torwartposition. Basti hatte gesagt, sie fangen an, über andere Spieler Geschichten zu erzählen. Der letzte, wo sie eine große Geschichte gemacht haben, war Renault und kurz danach war er verletzt. Was glaubt ihr denn, was da jetzt noch passiert? Weil da wäre es ja jetzt auch langsam aber sicher mal nötig. Oder glaubt ihr, dass wir dann doch mit Renault da durchgehen? Dieser Esser-Wiedwald-Tausch scheint ja relativ konkret zu sein, oder? Da habe ich irgendwas dazu gelesen gehabt, dass Kaplan ist mit Hannover, weil Hannover doch Ziele wieder geholt hat, kann das sein? Und die Eintracht dann entsprechend ein Tauschgeschäft zwischen Wiedwald und Esser durchführen will und eben entsprechend einen Aufpreis zahlen würde. Finde ich an sich nicht so schlecht. Esser ist kein schlechter Torwart. Ja, wenn es mit Trab nicht klappt, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, könnte ich mir das gar nicht so, so schlecht vorstellen. Wie seht ihr das denn? Ich denke, dass das ein Tausch auf der Position Nummer zwei ist, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder du sagst, okay, wir kriegen Trab wirklich nicht und wir finden gar keinen, dass man sagt, okay, das ist ein Zweikampf zwischen Renault und Esser und man hofft einfach, dass Renault dann aus so einer Position kommt, von wegen, ja gut, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verdienen, jetzt ist hier noch ein anderer. Aber Esser ist zum Beispiel jemand, den könnte den Zweikampf, mit Trab könnte Renault eh nicht gewinnen. Aber mit Esser könnte Renault den Zweikampf gewinnen. Vielleicht ist dieser Zweikampf dann das, was Renault so ein bisschen, ja, ohne dass er es merkt, in diesen Flow reinbringt, zu sagen, er ist hier Nummer eins. Das muss ich mir aber arg an den Fingern herausziehen, weil ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass wir eine Saison starten, weder mit Renault noch mit Esser als Nummer eins im Tor, bin ich mir ziemlich sicher. Aber der Transfer, denkst du schon, wird stattfinden, aber halt für die zweite Position, weil ich glaube, Wiedwald ist wieder ein Spieler, der bei uns keine große Zukunft hat. Zumindest hatte ich das Gefühl, das war ja auch jetzt schon ein paar Mal gewesen, hat er nicht schon zwei-, dreimal jetzt bei uns immer wieder versucht, Fuß zu fassen und über kurz oder lang dann doch die Qualität auch vielleicht nicht hatte. Ich kann es nicht sagen, ich hätte gedacht, vielleicht versuchst du es mit Esser, weil er gar nicht schlecht war, aber es stimmt schon, in der Saison gerade halt auch mit den drei Wettbewerben ist natürlich dann schwierig wahrscheinlich. Tja, das ist schwierig. Also ich finde, Esser wäre auf jeden Fall eine absolut solide Nummer, würde ich ganz cool finden, muss ich sagen, weil er ist echt ein Spieler, der sich selbst nochmal auf ein anderes Level gebracht hat in den letzten Jahren. Er ist so ein solider Typ, habe ich das Gefühl, der wird uns jetzt nicht in die Champions League bringen, sage ich mal, und der wird auch selber nie Nationalmannschaft spielen, würde ich behaupten. Aber er ist ein solider Teute, der mit dieser soliden Haltung auch, sage ich mal, noch ein Stück besser ist als Wiedwald und weiß nicht, ob er vielleicht sogar auch echt besser ist als Renaud. Also ich weiß noch nicht, ob trotzdem Esser die Nummer eins ist. Also das kann ich momentan noch nicht beurteilen. Dafür fehlt mir momentan so ein bisschen der Glauben daran. Ich glaube, dass da auch noch was passiert. Wenn er halt von Zieler in Hannover direkt verdrängt wird, ist natürlich schon so ein Zeichen für uns doch, ist Zieler jetzt wirklich das Nonplusultra, was du in Frankfurt hast? Ja, aber nee, das musstest du wollen. Zieler ist so ein symbolischer Transfer auch. Genau, den musstest du machen. Der kommt dann zu seinem alten Trainer, Slomka. Ich glaube einfach, dass der einfach auch gar keine reine Chance hat. Aber er ist ja gesetzte Nummer eins dann dort. Wer Zieler? Ja. Ja, sage ich ja, aber ich glaube, der Zweikampf ist kein fair. Ich glaube, der Zweikampf ist, glaube ich, nicht rein sportlich. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, dass der Zweikampf nicht rein sportlich ist, dass die sagen, dass ein Zwei-Teute. Ich glaube, alleine durch die Story von Zieler und dass sie den überhaupt bekommen haben, spricht dafür, dass es einfach, die werden ihm schon gesagt haben, wir setzen auf dich als Nummer eins. Ich glaube nicht, dass das ein offenes Rennen ist und das wird dazu führen, dass er sagt, okay, wenn das da kein offenes Rennen ist, dann gehe ich vielleicht lieber in ein, was auch nicht offenes Rennen mit Trapp bin, aber bei Leintracht. Also das weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Esser als Nummer eins eingeplant ist. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Hoffs ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ja, sehe ich ganz genauso. Also kann ich nicht anders sagen. Ich fand die Sache in Hannover auf jeden Fall so, dass Zieler gekommen ist mit der ganz klaren Ansage, hier, du kommst jetzt, kommst jetzt her und bist dann ganz klar die Nummer eins. Okay, aber wen redet er dann als Torwart? Wirklich Rennen oder nein, oder? Ehrlich gesagt bin ich still Team Trapp. Also ich tue mir echt schwer. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß, stand jetzt wirklich nicht, wer das Tor hüten soll für die nächste Zeit. Wenn Esser jetzt verpflichtet würde, würde ich sagen, dass er, ich mache es mal etappenweise, wenn jetzt Esser die nächsten Tage kommt, was passieren könnte, dann gehe ich davon aus, dass er die nächste Qualifikationsrunde vollbestreitet. Das heißt aber noch nicht, dass wir am Ende des Transferfensters unsere Nummer eins in Esser sehen müssen. Bis dahin kann da echt noch was passieren. Das ist das einzige Gefühl, was ich habe, weil ich glaube auch, dass die Eintracht dieses Jahr wieder wartet, wie die Steine fallen in Paris, um dann nochmal zuzuschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass da die Preise vielleicht purzeln. Ich glaube, ein Transfer von Paris in Sachen Torhüterposition ist ja noch nicht vollzogen. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Zumindest hat es noch nichts gehört. Okay, solange da noch nichts final ist, wird auch bei der Eintracht nichts passieren, weißt du? Was ja auch der Kovic-Aussage passen würde, mit dem wir müssen abwarten, das Transferfenster ist lang. Passt folgend ganz zu dir, Marvin, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn du als Eintracht Frankfurt bei Paris anrufst, du bist wirklich nicht an erster Stelle, was die Metallisten-Abarbeitung betrifft. Also, die werden andere Dinge zu tun haben, gerade, als irgendwie nervige Anrufe entgegennehmen von uns. Wir wollen Trab haben, wir wollen Trab haben und sagen, ja, wir wissen, wir haben jetzt, wartet halt mal. So, wir haben jetzt hier noch komplizierte Ritze abzuschließen. Und trotzdem ist es wichtig, und trotzdem ist es wichtig zu sagen, den esse, den verpflichten wir trotzdem. Und dann gleichzeitig aber auch, ich würde das aber versuchen, harmonisch zu lösen. Ich würde sagen, okay, ja, machen wir, den holen wir. Aber nur, wenn wir jetzt einen sicheren Abnehmer gefunden haben für Renault. Weil man muss auch ein bisschen gesichtsbehandel agieren. Wir haben ja schon so oft über Renault gesprochen, ich glaube, es ist auch fast müßig, die ganze Thematik nochmal aufzurollen. Aber es zeigt einfach, dass niemand auf dieser Welt, auf dieser kleinen Eintracht-Welt absolut sicher ist, dass er die Nummer eins werden kann. Ich glaube, das sieht er genauso. Das heißt, es muss nur für alle Leute eine gute Regelung gefunden werden. Wiedwald ist genauso problematisch. Das heißt, eigentlich müsstest du hier zwei Abnehmer finden. Und wenn du zumindest einen davon wirklich verkaufen konntest, dann wird dein SR-Deal wahrscheinlicher. Können wir doch mit leben. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass die Eintracht einen neuen Nummer eins Torwart dadurch bekommt, dass sie mit Hannover ihren zweiten Torwart hintauscht. Also dass sie einfach quasi für ihren zweiten Torwart einen neuen ersten Torwart kriegt, das bin ich mir nicht sicher. Wobei, ja, keine Ahnung. Das meine ich auch, deswegen sage ich ja. Für den Übergang jetzt, Marvins Szenario, das macht schon Sinn, dass im Endeffekt jetzt versucht wird, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das ist nicht so teuer, du hast eigentlich dann trotzdem eine Verbesserung auf der zweiten Torwartposition. Also es ist eigentlich eine runde, runde Geschichte. Das kann ich mir auch vorstellen, gerade weil das Transferfenster ja sehr lange offen ist. Ja, und wir spielen hier, glaube ich, alle mit der Zeit. So, weißt du? Ich glaube, es kann halt echt nochmal eine komplette Torwartrotation geben. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch da glaube ich zumindest, dass klar ist, okay, den SR, den können wir immer noch holen. So, ja. Wenn alles nicht klappt, holen wir nur SR. So, und dann ist es so, dann haben wir keine Verbesserung, sondern eine leichte Verschlechterung auf der Position, sind aber relativ stabil. Aber gleichzeitig hat die Eintracht halt auch noch andere Baustellen abzuarbeiten, die eine höhere Priorität genießen. Und da ist es zum Beispiel so, dass, ja, natürlich wird immer wieder bei Trapp nachgefragt, aber bei Trapp ist die Zuständigkeit Papieris niedergeordnet, weil die können eine Pappfigur da hinstellen und die werden französischer Meister, die können, was weiß ich, die können komplett aufhören, jemanden ins Tor zu stellen und, was weiß ich, machen irgendwas ganz anderes, ja, lassen einen Pizzabäcker da hinstellen und dann würde es trotzdem funktionieren. Aber die müssen vorne halt suchen. Und vorne muss halt aber auch die Eintracht suchen. Und deswegen ist, glaube ich, die Aktualität bei der Eintracht eher danach getrieben, dass ich jetzt endlich diesen Transfer nochmal tätige, den ich brauche, um die beiden wegzubekommen, also beziehungsweise den Schatten von Allaire und von Jovic wegzubekommen. Ja, klingt irgendwie alles sehr solide und nachvollziehbar. Und wir haben noch 34 Tage Stand heute, Tag der Aufnahme, Transferfenster, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, also da kann auch ein bisschen was passieren. Ja, ich glaube, wir sehen es ja jetzt auch. Ich glaube, das sind halt aber auch einfach Sachen, die werden nach und nach abgearbeitet. Ich glaube nicht, dass mit Corr und Durm kamen 2x2 in einem Tag und das ist so, du musst ja mit Dortmund dich auseinandersetzen, mit dir irgendwie probieren zu drücken bei Rode. Da musst du gucken, wie Rode, wie ist der, wie ist der Fit. Dann musst du gleichzeitig auch noch Wettbewerbsfußball gegen Tallinn spielen. Dann machst du diese Hinterägernummer. Ich glaube einfach trotzdem, dass Trab, Trab ist jetzt, glaube ich, das nächste Projekt. Also bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass die jetzt nochmal in der nächsten, also nach, jetzt beim Donnerstag spielen wir schon, aber dass sie in den nächsten Wochen nochmal die Bemühungen intensivieren würden, wie das so schön heißt, werden. Und dass wir da vielleicht dann auch ein paar neue Sachen hören. Weil es für mich weiterhin, wir hatten es ja in der langen Folge, die wir hatten, haben wir es nochmal besprochen, für mich ist es trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig, wer es, dass Trab kommt. Oder ein vergleichbarer. Weil ich weder mit Rode noch mit Esser gerne in die Saison gehen würde. Einfach, weil die Position mir so wichtig ist. Und wenn Trab jetzt noch geholt werden könnte, dann haben wir da hinten echt ein stabiles Gebilde. Diese Fünferkette wäre komplett eingespielt und die wäre auch gut eingespielt. Und hat auch noch mit Durm und, ja fast schon Abraham jetzt, mit Durm und Abraham gute Backups. Und Chandler vielleicht auch wieder. Dann wären wir, dann wäre das wirklich ein sehr, sehr solides Verteidigungsministerium bei hinten, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das dauert. Ich glaube, das dauert. Weil das ganz Wichtige haben wir jetzt. Wir haben mit Hinteregger jetzt diese ganz wichtige Lücke geschlossen. Eigentlich haben wir diese defensiven Umbauarbeiten komplett schadlos überstanden. Da muss man auch mal sagen, das ist erstmal eine geile Leistung. Dass wir das jetzt hinbekommen haben, wir sind im defensiven Mittelfeld richtig gut aufgestellt. Ey, Toro ist wieder da, hat Bock auf den Strahl, den er losgelassen hat. Wir haben Rode, jemand, der auch schneller wieder fit wird, als man denken kann. Wir haben mit Core jemanden verpflichtet für genau diese Positionen auch. Der auch noch mal weiter nach vorne spielen kann, aber auch für Stabilität. Wir haben immer noch Dick Guzman und Fernandes, die darf man ja auch nicht vernachlässigen. Und Sobe wird auch irgendwann wieder kommen, ne? Ja, Sobe wird dann wahrscheinlich ein bisschen weiter nach vorne rücken, aber genau das auch. Also das heißt, du hast echt eine richtig gute Mannschaft. Da musst du fast nur die Frage stellen und da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber zu sprechen kommen, dass du vielleicht nochmal jemanden abgeben solltest. Der Jan hatte gerade eben noch im Chat gefragt, bis wann denn die Spieler für die Euroleague gemeldet werden müssen. Nach meinem Verständnis kannst du für jede Quali-Runde neu melden und musst dann nach der Auslosung deinen Kader für die Gruppenphase melden. Genau, und dann ist es final, ne? Nee, du kannst ja dann nach der Gruppenphase nochmal für die Ausscheidungsrunden dann nochmal nachmelden. Nochmal drei Stück oder irgendwie drei Leute nachmelden. Genau, aber ansonsten jetzt erstmal für die Quali-Runden ganz entspannt, jedes Mal bis kurz vorher und dann irgendwie kurz nach der Auslosung für die Gruppenphase. Das ist mein Verständnis. Quali-Quali-Playoff, genau. Glaube ich, alles nochmal einzeln zu melden, ja. Das ist mein Verständnis. Was ist denn eure Meinung mit, nachdem wir jetzt gesagt haben, unsere Defensivabteilung ist sauber und beim Torwart glauben wir dran, dass da Trab oder vergleichbar noch kommt. Was ist denn so eure Meinung für die Offensive? Was passiert denn da noch? Das ist für mich fast eine größere Baustelle noch, weil ich da eher zwei Leute sehe, fast drei, wenn Rebic noch geht. Wenn Rebic geht, drei, da würde ich mitgehen. Ansonsten hätte ich da jetzt auch gesagt zwei, wovon einer dann der Nonplusultra-Stürmer sein müsste, so ein bisschen. Sehe ich auch so. Ja, krass, okay. Ich sehe nicht so, dass wir drei noch verpflichten. Also wenn Rebic geht, bin ich dafür, dass drei kommen. Na, ist halt immer so ein bisschen die Frage, auf welcher Position du ihn halt irgendwie siehst und mit wem er da irgendwie konkurriert. Also ist er halt wirklich vorne in der Spitze oder ist er mehr auf links? Dann hättest du da ja mit Kostic noch jemanden und ein Gacinovic, der kann ja auch auf den Außen spielen. Den würde ich auch eher auf den Außen sehen, als irgendwie in der Mitte. Aber tendenziell, ja, wahrscheinlich schon. Also ich muss sagen, wenn Rebic jetzt geht, wen haben wir denn dann da vorne? Da haben wir quasi Pacenzo und Juvelic. Ja. Ja, das fände ich ein bisschen wenig. Das wäre ein bisschen dünn für so eine reine... Also wie du es gesagt hast, mein Plan, wenn Rebic jetzt geht, wovon ich immer noch irgendwie ausgehe, weil sich die Zeichen irgendwie... Ja, es zieht sich zwar auch in, aber Marvin hat es ja gesagt, das ist immer noch fast einen Monat offen alles. Oder ist sogar ein Monat, ich weiß gar nicht. Die haben 30 Tage Stand heute. Ja, guck, also das ist über einen Monat noch offen. Ja. Da wird sich auch noch irgendwie, werden sich Sachen tun, es werden sich Spieler verletzen, die dann doch Rebic haben wollen. Vielleicht kriegt Manchester United doch noch einen Rappel und will irgendwie noch jemand verpflichten, weil sonst keiner will. Ja, aber Manchester United hat nur noch bis zum 8. August 18 Uhr Zeit. Dann ist in England ein Zufall Verschluss. Vielleicht wissen wir bis da mehr. Ja, auf jeden Fall würde ich, wenn Rebic geht, dann bräuchten wir einmal, ja, wie soll ich sagen, also einmal so einen Stürmer, der vielleicht auch schon 30 ist, der uns irgendwie 10 Tore garantiert. Und dann aber noch so einen schnelleren. Und dann noch einen, ehrlich gesagt, für die 10, falls man Kamada abgibt. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Ich rechne eigentlich auch damit, dass die Gerüchte sich verdichten, dass man Kamada abgibt. Weil ich will nicht mehr jemanden auf der 10 sehen, der da nicht hingehört. Wir hatten ja oft, diese Büffelherde, von der wir leider jetzt in der Vergangenheit reden müssen, die haben ja oft Rebic auf der 10 gehabt. Das war ja aber nicht die Ideallösung. Das heißt, wir reden hier davon, dass wir wirklich auch einen 10er noch brauchen, weil wenn Kamada weg ist und Gacinovic will ich da eigentlich nicht als A-Lösung sehen. Das heißt, wir bräuchten einen 10er. Was ist mit so auf der 10? Ich glaube, das ist für ihn zu weit vorne. Also das ist, glaube ich. Also er hat schon gespielt, aber das ist halt nicht seine Position, die er hauptsächlich betreitet. Er ist halt ein eigener zentraler Mittelfeldspieler, der, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ist er derjenige, der auf der 8 spielt. Und das macht er auch am allermeisten. Und das ist halt genau das Ding. Also ich meine, ich sehe ihn halt auch nicht auf der 6, sondern auf der 8, aber halt nicht auf der 10. Kann er spielen, wüsste ich aber nicht, ob ich das machen würde, gerade wenn er in einem veränderten Umfeld. Also wenn er wieder fit ist, würde ich versuchen, ihn wirklich schön im zentralen Mittelfeld erstmal ankommen zu lassen. Weil er, ich weiß nicht, wie er damit jetzt umgeht, aber er hat ja schon mal versucht, in der Bundesliga Fuß zu fassen und ich würde jetzt kein Risiko eingehen und ihn, sondern auf dem gewohnten Umfeld eigentlich platziert hinstellen. Also ich kann es, ich habe mich, ich habe jetzt auch lange echt viel zu kompliziert geredet, das ist mir gerade aufgefallen. Wenn Rebic geht, dann bräuchte, und ich will drei Stück, dann will ich nämlich genau drei Stück, die da vorne spielen, ehrlich gesagt. Das meine ich. Also kein für die Außen, sondern schon so als Mittelstürmer. Also Außen sehe ich, wenn wir bei der Fünferkette bleiben, ist es eh besetzt mit der Costa und Kostic. Ja. Und dann haben wir vorne immer dieses Dreieck gehabt, zwei Stürmer, ein Zehner. Das war immer quasi, das war ja die Büffelherde. Und die müssen, wenn Rebic jetzt noch geht, müssten für mich die Büffelherde komplett ersetzt werden. Natürlich nicht auf dem Niveau, aber von den Positionen her. Natürlich kann da auch ein Spieler dabei sein, der sich dann nicht gegen Paciencia oder Juweljic durchsetzen kann. Nur von der Masse der Spieler würde ich gerne wissen, okay, da kommt ein neuer Zehner und zwei Stürmer kommen dann. Hast du ja auch zusätzlich, auch wenn du nicht gebraucht hast, hast du Rebic da ja auch verloren, ne? Das ist jetzt auch so. Das meine ich. Zu den drei würde ich auch jemandem wie Joghurt erzählen, zu sagen, okay, wenn sich jetzt irgendeiner verletzt, alleine von der Masse an Spielern müsste von der Position her eine neue Büffelherde gekauft werden mit zwei Stürmer und einem Zehner. Wenn Rebic geht. Und das wird nicht so einfach, glaube ich. Das ist krass. Also ich habe das auch in dieser Masse noch gar nicht so gesehen, wie du das jetzt gesehen hast. Es ist krass. Also ich würde fast ausschließen, dass die Eintracht noch drei Leute holt. Selbst wenn es Rebic geht, allein zwei werden wahrscheinlich schon schwierig genug. Aber es wird spannend. Also weil da kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wer da momentan irgendwie ins Gespräch kommt. Also es gibt ja sehr, sehr viele Namen, die gerüchtet werden. Man muss ja auch mal wirklich festhalten, dass der Transfermarkt ist momentan moderat. Der Transfermarkt dreht nicht frei. Aber die Gerüchte darum drehen komplett, also komplett eskalieren. Dass zuletzt jetzt Reverie selbst hier in Frankfurt gehandelt wurde. Dass irgendwie jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, von der du gedacht hast, alter, wie absurd wollen wir eigentlich werden. Das ist schon, das muss ich echt sagen, abenteuerlich. Aber man merkt, einige Medienvertreter haben auch die Notwendigkeit, Klicks zu erzielen. Das stimmt, ja. Ja, aber was ich eigentlich mit meiner Forderung ausdrücken wollen würde, ist, ich sehe von denen, wenn Rebic, wie man vorausgesetzt, Rebic geht, Juwelic und Pacencia, beide. Ich sehe bei den beiden keinen absoluten Stammspieler. Na, Stammspieler vielleicht. Das würde ich Juwelic auf jeden Fall nicht aufbürden wollen und bei Pacencia habe ich da, ja, kleine Leistungszweifel zu denken. Das ist unser Stürmer Nummer eins. Also das ist so dieses Ding, das sehe ich nicht. Ich würde da jetzt erstmal nochmal so den Punkt mit dem System aufmachen, weil die Frage ist ja auch, spielst du mit einem oder spielst du mit zwei Stürmern? Und dann kannst du natürlich schon sagen, dass einer von den beiden immer im Wechsel schon der Stammspieler... Das will ich mir aber gar nicht nehmen lassen, dass ich auch mit zwei Stürmern eine längere Zeit spielen kann. Und das ist das große Problem, wenn wir jetzt hier wirklich wieder dieses Spielchen machen und sagen, ach, dann stell mal einfach um und wir spielen mit einer Spitze. Ja, kriege ich wieder, weil das geht fünf Spiele gut, dann haben sich die Gegner darauf eingestellt, dann hast du aber gar nicht das Potenzial. Und das ist, glaube ich, das, was auch der Basti und auch Marvin und René, du sicherlich auch, im Großen und Ganzen dann meint, dass wir im Endeffekt ja schon breit aufgestellt sein müssen, um eben dann auch diese taktische Finesse zu haben, eventuell auch mal umzustellen mit einem einigermaßen... Und das ist dann vielleicht nicht der Top-Sturm, den wir haben, aber zumindest können wir dieses taktische Mittel mit zwei Stürmern vorne spielen. Weil da habe ich ein bisschen Angst vor tatsächlich und das ist auch, als Basti gesagt hat, ah, da müsste man eigentlich nochmal drei verpflichten. Gut, mit Rebic, da mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken, er ist ja jetzt auch ständig wieder verletzt und kommt irgendwie nicht so richtig ins Rollen. Heute hat er anscheinend schon wieder das Training auf 25 Minuten abgebrochen. Ja, wegen dem Rücken. Genau, da habe ich erst, erst habe ich so gedacht, ist es wirklich Rücken oder orientiert er sich schon ein bisschen um, ist vielleicht dann auch, das ist ja auch manchmal wird das ja doch auch so ein bisschen, ein bisschen propagiert, ich bin, ich habe jetzt gar keine Lust hier an die Leistungsgrenze zu gehen etc. Vielleicht hat er auch keinen Bock und ist eigentlich mit dem Kopf schon weg, dann haben wir sowieso ein Problem. Und bei drei Spielern, wenn du auch das Geld für Rebic dann nicht bekommst, das werden wir leider auch in der Saison, glaube ich, nicht mehr ausgeben. Also bin ich voll bei Marvin, das wird auch schwierig, für welche Spieler willst du das ausgeben? Auf dem Markt, klar, hast du jetzt noch 34 Tage Zeit, danke schön, auch nochmal René, für nochmal das rausgucken. Aber es ist natürlich schwierig, einen Sturm hinzubekommen, der auch nur ansatzweise dann vorne die Qualität hat, den wir einfach jetzt aus der letzten Saison auch gewöhnt sind. Ja, das ist ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Paciencia und ein Juwel-Wilic im Wechsel irgendwie als zweiter Stürmer stammspielen, was mir halt fehlen würde. Ja, aber dann sagen wir mal, dann haben wir quasi mit den beiden haben wir zu einem Eins-Stürmer, wie du es meinst, oder? Genau, mit den beiden haben wir einen und was mir dann daneben bei fehlen würde, wären die ein bis zwei Leute, die garantiert 20 bis 25 Tore diese Saison machen. Ja, aber die kriegst du glaube ich nicht, 20 bis 25. Ja, aber die sehe ich bei den beiden halt nicht. Ja, aber 20 bis 25 wirst du glaube ich auch bei keinem anderen sehen, den wir holen. Oder meinst du zusammengerechnet? Zusammengerechnet. Ach so. Du hast dich immer noch genau rausgewindet, nur weil Basti dir diese Brücke gebaut hat. Nein, ich habe ja gesagt, die ein bis zwei Leute. Okay, nee, ich verstehe den anderen. Nee, aber da gehe ich ja mit, weil das sind genau diese zehn bis zwölf Tore, die ich meinte. Ja, das ist quasi der Eins-zu-Eins-Ersatz für einen Halea und einen Jovic, die halt einfach zusammen eine Menge Tore gemacht haben und die brauchen wir. Wir spielen in drei Wettbewerben und da kommst du mit zwei Leuten, wo du froh sein kannst, wenn die am Ende der Saison jeweils fünf Tore auf dem Zettel haben, halt nicht weit. Dann sind wir uns aber glaube ich alle einig, wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, dann sehen wir in Paciencia und Jovic einen Stürmer und das heißt, wir haben noch zwei Positionen offen. Das heißt, mindestens zwei müssen gehoben werden. Zwei würde ich halt schon sehen, ja. Aber wenn Rebic bleibt, weil dann hättest du ja noch ein Backup. Wenn aber dann Rebic geht, dann wären das ja fast tatsächlich drei. Ja, dann ist halt wieder die Systemfrage. Weil ansonsten hättest du ja für zwei Stürmerpositionen nur drei Spieler, das wäre schon eng. Das ist schon ein bisschen arg eng, das ist richtig. Also ich verstehe, was er meint und ich komme immer näher auch an den Gedanken von Basti, denn ich denke, wir müssen davor echt Acht geben, dass wir Jovic in seiner ersten Saison so viel aufbürden. Das ist ein junger Spieler, der hat noch kein einziges Mal in der Bundesliga gespielt, der muss erstmal bei einem größeren Verein, bei einer größeren Liga auch erstmal Fuß fassen. Hat natürlich einen guten Start gehabt, aber es kann auch echt sein, dass er jetzt zwei Tore gegen Tallinn nochmal macht und dann war es das erstmal. Und da müssen, dann können wir ja nicht sagen, okay, das ist jetzt unsere 1A-Stürmer. Patienzer glaube ich dagegen schon, ich glaube schon, dass Patienzer normalerweise derjenige ist, wie das übrigens bei Lea auch der Fall war, der nach einer ganz guten ersten Halbserie, ersten Serie, noch zwei Tore Bässe spielt. Also da glaube ich daran, aber wir brauchen halt wirklich, ehrlich gesagt, brauchen wir mindestens einen Kracher. Es muss einen Kracher, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich würde an der Stelle auch nochmal den Hinweis geben, dass Jovic nicht nur wegen seiner namentlichen Nähe, sondern auch wegen der Vorgeschichte, wir halt auch da so ein bisschen aufpassen müssen, dass er dann da nicht irgendwie in diese sprichwörtlichen Fußstapfen gesteckt wird, die er halt wirklich nicht ausfüllen kann oder noch nicht ausfüllen kann, ihn da halt auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, ich sehe halt auch, was mich so ein bisschen überlegen lassen hat, was die 10er-Position betrifft, dass dieses Interesse an Max Krusier scheinbar schon größer war. Also es war glaube ich schon da und das wäre ja genau dieser Spieler gewesen, der hinter zwei Stürmer hätte spielen können oder zumindest auch als Spitze mit. Das ist ja, wie gesagt, dieses Thema, wir einigen uns jetzt mal auf das alte System, weil ich glaube, dass Hasebe einfach noch so eine prägende Rolle hat, dass es einfach nicht um wo hinkommt, diese Fünferkette zu spielen, da hast du Kostic, da kostet er auf den Außen. Und dann hast du wieder dieses Dreieck vorne. Egal, wie das aussieht, du kannst ja auch theoretisch mit zwei Zehnern und einem Stürmer spielen, ist ja egal. Würde auch gehen, ja. Du kannst auch mit Gacinovic, Kamada und Paciencia spielen, jetzt nur mal von den Spielertypen. Das ist ja wurscht. Mir geht es halt wirklich nur um die Spieleranzahl und das ist genau der Punkt, bei mir auch ist eingeflossen, den Marvin angesprochen hat. Du kannst Juwelic, das kann natürlich passieren, wäre geil, das kann natürlich passieren, dass er komplett ausrastet, aber das darfst du nicht mit einkalkulieren, dass er ausrastet, sondern... Du darfst es zumindest nicht voraussetzen, das ist der Punkt. Du musst eigentlich schon davon ausgehen, dass er auch erstmal eine Saison braucht, die er irgendwie zum Eingrooven hat und dann brauchst du eigentlich da vorne zwei, auf die du dich permanent verlassen kannst, plus Paciencia. Oder inklusive Paciencia, plus ein Dritten, so in der Richtung. Du kommst immer wieder auf die vier Spieler für da vorne. Genau. Und die brauchen wir auch irgendwo her, also die müssen ja irgendwo da sein und da kann natürlich einer davon Kamada sein, dann reduziert sich meine geforderte Zahl natürlich wieder. Wenn der jetzt wirklich diese guten Eindrücke bestätigt, aber da würde ich auch liebe Grüße an Weide Welt von Fußball 2000, der auch wirklich erwähnt hat, erinnern wir uns an Max Besuschkopf, der auch im Trainingslager immer gehypt wurde. Da wissen wir nicht und es gibt auch immer wieder die Gerüchte, wir wissen nicht, ob man mit dem planen kann und das sind halt solche Sachen. Wenn Rebic und Kamada gehen, musst du tatsächlich drei Stück holen, weil du dann ansonsten vorne auch quantitativ, reden wir nämlich mal von der Qualität, einfach zu dünn besetzt bist, weil, und da bleibe ich dabei, es tut mir leid, Gacinovic ist für mich nicht den Number One Zehner, weil das kann, natürlich kann er jetzt noch einen Versuch starten, aber dann fängt er an, wieder dieses, ja. Lass uns doch aufhören, immer was anderes in Gacinovic zu sehen, Gacinovic, das haben wir ja vorhin schon thematisiert, aber Gacinovic ist Gacinovic und bleibt ewig Gacinovic. Aber wenn du das mit einkalkulierst, ist ja in Ordnung, dass du weißt, okay, wir können nicht für 34 Spiele einplanen, sondern du brauchst ab und zu mal eine Pause. Ja, und mehr geht halt, glaube ich, auch einfach nicht. Dann ist halt Gacinovic das teils geniale, teils schlampige Talent und das wird er immer bleiben. Er ist halt auch erst 24, Leute, das ist halt echt krank eigentlich. Ja, aber das sind Anlagen, aber ganz ehrlich, das sind Anlagen, die kannst du nicht ändern. Du kannst vieles ändern, aber, wie soll ich sagen, ja, weil die Verquerigkeit im Kopf kriegst du bei dem Jungen nicht raus und das ist vollkommen okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur akzeptieren, dass es so ist, weil wahrscheinlich würde er sonst nicht bei uns spielen oder so. Er ist ja trotzdem ein Spieler, der einen Wert hat, was er auf jeden Fall, was er nur das Einzige, wo ich sage, das muss er dann dafür haben, weil er andere Sachen nicht regelmäßig hat, ist, dass er immer rangeht, dass er immer, dass er, ja, dass er versucht, auch mehr gegen den Ball zu gehen. Das sind so die Dinge, dass er rennt und so weiter und so fort, das kann ich von ihm erwarten. Und dann hat er ja geile Aktionen und von zehn geilen Aktionen verdattelt er neun, aber beim zehnten Mal sind wir froh, dass er sie gemacht hat. Ich glaube, so wird es auch. Ich meine, erinnern wir uns an das Auswärtsspiel gegen Lazio Rom, was er da für einen Bretter reingehämmert hat. Das sind ja, und das findest du ja pro Saison, findest du einige solcher Dinge, wo du denkst, okay, ja, der ist in der Summe halt schon nicht so schlecht, aber der treibt mich halt so zur Weißglut, dass ich irgendwann mal denke, okay, am liebsten würde ich, am liebsten würde ich jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, Rolf Grissel hier mehr wieder da hinstellen. Der Mann der schlechten Entscheidung. Ich glaube einfach, was man auch machen kann, weil wir haben ja Patienz ja und Jovelich eigentlich zusammengeschmissen, aber eigentlich musst du die trennen. Weil Patienz ja sollte jetzt, wenn man die Erwartungen an ihn hat, einfach jetzt den Schritt gehen zu sagen, er ist ein gestandener Stürmer von uns. Und eigentlich müsstest du diese Splittung mit Jovelich und einem von den dritten Spielern, den ich verpflichten würde, machen, wo du halt noch einen jungen Spieler holst, der, ja, sich mit Jovelich abwechselt, beziehungsweise wo man guckt, wer besser drauf ist, aber wo beide nicht den Riesendruck haben, liefern zu müssen. Dann holst du so einen nochmal, aber wir kommen nicht umhin, Leute. Selbst wenn wir keinen Zehner mehr holen und das mit Kamala und Garcinovic machen, von mir aus, wenn sie es bei Denken, großes Vertrauen in Hütter. Also, dieser Kracher vor, ich glaube, worauf wir uns auf jeden Fall, der kleinste gemeinsame Nenner von unserer Diskussion ist jetzt, dass wir alle wissen und fordern, dass wir vorne ein Brett brauchen. Ja. Das wird sehr, sehr spannend werden. Das glaube ich auch. Also, ich glaube, der geht lustigerweise, und das heißt aber nicht, dass ich das Brett kennen muss, übrigens, ne? Also, das heißt nicht. Nee, Allaire kann ich mir auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da waren wir auch so ein bisschen. Also, das ist nur, weil wir die Obvious Choice befürworten, weil wir uns irgendwelche Hingespinsten in den Kopf setzen und denken, dass Balotelli geil wäre, was immer noch geil wäre, ja. Heißt es aber nicht, dass das wirklich realistisch ist, sondern es kann auch echt so ein Allaire sein, wo wir dann irgendwie nachgucken und sagen, ja, ein guter Spieler, ja, der hat in den Niederlanden 16 Tore geschossen. Aber im Endeffekt müssen wir dann sagen, okay, wir haben ihn mal gehört, aber haben noch nie spielen sehen. Und genau sowas kann sein, aber wenn die Jungs und Mädels von der Scouting-Abteilung da zufrieden sind und da wissen, okay, da passiert was, dann bin ich cool damit. Ja, definitiv. Oder du holst Mario Monjukic und dann hast du Rewitsch vielleicht auch wieder ins Boot geholt. Ja. Rewitsch, okay. Kranker Typ eigentlich. Mega, also dann ist die Fraktion hier, aber in Frankfurt, also da sind sie ja komplett aus dem Häuschen. Ich glaube, sie sind Volksheld hier eigentlich, ne? Also, ich würde es hart feiern, aber das ist, wie Marvin es gesagt hat, das sind halt Hingespinste, zu denen man sich hinreißen lässt, wenn man zu viel in irgendwelchen dubiosen Transfermarktforen rumforscht. Was einen nicht glücklich macht, für euch getestet. Die Erwartungen, die dort geschüttet werden, werden eh niemals erfüllt, also liest ich es lieber nicht mehr. Von Insidern und sowas. Naja, liebe Grüße auf jeden Fall dorthin. Bin gespannt. Auf jeden Fall, glaube ich. Königstransfer im Sturm, ja. Sehe ich so, ja. Ja, also da muss auf jeden Fall noch was, noch was passieren. No good. Weiter. Bin gespannt. Gut. Jetzt hattet ihr, da haben wir nämlich auch noch eine Frage dazu bekommen, diese ganzen Gerüchte, die da passiert sind, so rund um Ribéry und Co. schon angedeutet. Natürlich will ich jetzt nicht lange darüber diskutieren, ob es jetzt sinnvoll wäre oder nicht oder wie oder was. Aber wir haben dazu auch eine Frage bekommen von Thorsten. Vielleicht ist es relativ einfach erklärt. Er würde nämlich gerne mal wissen, was unsere Meinung ist, wie denn so verrückte und absolut untragbare Gerüchte überhaupt entstehen können. Also ich glaube fest, dass irgendwelche Schlüsse gezogen werden, die sich ergeben, weil gewisse Punkte da sind. Also das klingt jetzt sehr variant, das ist ja keine Aussage von mir, weil gewisse Punkte. Also ich glaube einfach so, Ribéry ist frei, die Einheit hat Geld. Ribéry ist ein Arschlauchspieler, der, wenn er ein paar Sachen nicht gemacht hätte, durchaus geil zur Einheit hätte passen können. Und dann werden irgendwie Schlüsse gezogen und irgendjemand hat im Halbshof mal gesagt, ach, ein guter Spieler und so und schon passiert sowas. Man muss jetzt auch mal sagen, dieses Ribéry-Gerücht ist jetzt von keinem seriösen Medium vertreten worden. Das war die Bild-Zeitung so, ja. Also ich meine, und es ist halt ein lustiger Gag, sowas kann man schon fast gar nicht mehr ernst nehmen. Aber es gibt andere Gerüchte, über die ich viel eher sprechen will, weil das Ribéry-Gerücht verband ich so weit ins Reich der Fabel schon fast, dass es sich nicht lohnt, hier überhaupt zu viele Worte zu verlieren. Und was ich wesentlich interessanter fand, war die Tatsache, wie über Boateng gesprochen wurde, beziehungsweise wie das als schon fast fix gemeldet wurde. Stand jetzt, beziehungsweise mit dem heutigen Tag, an dem Dienstag, ist er jetzt fest verpflichtet worden von Florenz. So, also das heißt, nichts mit der Eintracht. Also, und auch hier gab es bestimmt mal Annäherungen, aber aus gewissen Annäherungen, Erstkontakten hatten wir viel zu viel hineininterpretiert. Ich glaube, dass die Eintracht nie so wirklich nah dran war, Boateng wirklich zurückzuholen. Vielleicht gab es mal das Gedankenspiel, mehr aber auch nicht. Und da muss ich halt sagen, das finde ich interessant, wie sich dann sehr viele Medienvertreter, natürlich auch immer Einzelne, darauf so versteifen, zu sagen, okay, die Sache ist fix. Weil das war sie halt von Anfang an nicht. Vielleicht war er mal Essen in Frankfurt. Das ist ja oft, dass die Leute einfach da auch sehr viele eininterpretieren, ja. Wenn du heutzutage Medium bist, was viele Klicks braucht, dann lohnt sich das ja auch. Dann schreibst du das mal kurz, das guckt sich jeder an, das wird einen Tag durchs Dorf getrieben und dann ist am nächsten Tag wieder was anderes. Ich meine, alleine zur Hinteregger, wie viele Meldungen haben wir gelesen, wo Leute uns erzählen wollten, ja, der kommt auf keinen Fall. So, ja, jetzt ist er doch da. Wie viele Meldungen haben wir gelesen? Ja, der Prinz ist schon da. Pff, pff, pff. Also, Leute. Morgen Unterschrift. Ja, eben. Jetzt ist ein bisschen übertrieben, aber so in der Art, ne? Ich meine, so war es ja. Da muss man sich als Fan auch dran gewöhnen, weil man gewisse Dinge ja auch glauben will. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwo lese, dann versuche ich mir das ja auch irgendwie so herzuleiten. Ja, cool, das könnte stimmen. Wobei ich dann, wenn ich mich von der Seite betrachten würde, mir selber eine Ohrfeil geben würde. Das ist ja blöd. Das stimmt doch nicht. Jetzt redet ihr jetzt doch nicht so schön. Meine Güte, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich bringt das das, egal wie sehr man es sich vornimmt, und das ist einfach trotzdem immer dieser nervige Transfersommer, der, wenn man ganz ehrlich ist, manchmal auch Spaß macht, aber hauptsächlich eigentlich nervt. Basti, da fehlt aber auch noch dein dritter Spieler, weil wir hatten ja jetzt nur Balotelli und Mandzukic, die auf jeden Fall kommen. Wer ist denn dein dritter Stürmer noch? Ach so. Weil du vorhin gesagt hast, wir holen noch drei vorne. Also, Balotelli, Mandzukic. Ich habe ja dann gesagt, ich will lieber einen Zehner dann. Okay. Lukas Podolski. Nee, dann gehen wir jetzt auf die Geschäftsstelle von Bayer Leverkusen und schließen dort die Tür ab und führen nahe dem Amiri trotzdem zu uns. Doch, genau. Ja, ja, das ist natürlich schon Wahnsinn, dass der jetzt für neun Millionen gewechselt ist. Das ist schade, aber ich glaube, dass der Kicker bei Leverkusen einfach die Champions League war, muss man leider verstehen, haben wir verpasst. Aber ich würde mir trotzdem, ich würde mir wirklich, wenn Hütter bei dem System bleibt, wirklich auf der Zehner-Position keine Kompromisse mehr wünschen, im Sinne von, dann spielt halt einer da, so wie Rebic, sondern dass da halt ein Ausgebildeter kommt. Das wäre der nächste Schritt jetzt eigentlich gewesen, ja. Aber gut, das ist natürlich bei dem Umbruch der Mannschaft super schwer. Aber wie gesagt, Manuel hat es ja schon gesagt, diesen Zehner müssen wir auch nicht kennen. Mein Gott. Das wird ein geiler. Ich glaube, ich denke fast, dass wir diese ganzen Leute nicht mehr kennen. Also nicht mehr intensiv kennen. Ich glaube, wir haben jetzt mit Hinteregger, da wurden wir komplett bedient. Wir wurden mit Rode komplett als wissende Stärken bedient. Niemand von uns kannte Joviliic davor. Keine Ahnung, keiner kannte Pacienza. Also wirklich, den Namen hatte ich schon mal gehört. Ich habe den noch ein paar Mal gesehen. Aber ich hätte jetzt nicht hundertprozentig sagen können, okay, dass der und der Spieler dienen, die Stärken. Ich glaube, dass genauso jemand in einem Format ein unbekannter Riese eher noch kommt, also unbekannt, beziehungsweise halt nicht im direkten Umfeld von uns herumschwirrt, der dann an den Nein gelotst wird. Ich glaube fast, dass es so läuft. Anders kann ich es mir fast nicht vorstellen. Wenn die Eintracht halt nicht extrem viel Geld nochmal rauswerfen will. Weil wenn wir so viele Spiele verpflichten wollen, wie wir jetzt hier besprochen haben, dann kriegst du die ja gar nicht mit, dann kriegst du ja nicht mit Balotelli. Also Balotelli wahrscheinlich schon, wenn der ablösefrei sein sollte. Keine Ahnung. Aber die anderen. Das haben wir gesagt, das wird davon abhängen, ob Rebic geht. Weil wenn Rebic bleibt, dann ist er sowohl finanziell und als auch vom Spielertyp her, dann ist er quasi dieser Barber-Transfer. Also der blockiert quasi diesen Barber-Transfer und ist gleichzeitig selber der Barber-Transfer. Weil er halt einen gewissen Wert hat und weil er dafür sorgt, dass wir den Wert, den er hat, nicht ausgezahlt bekommen. Das heißt, du kannst ihn dann quasi von gar nicht ersetzen. Genau. Dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie noch so einen Haller für vorne kriegen, den keiner von uns kennt, der vielleicht 10 Millionen Euro kostet. Ja. Und dann noch ein Nachwuchsspieler auf der 10, der vielleicht Gertzinovic und Kamada entlassen kann und dann war es das. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn wir dann auch noch Trab geholt haben, dann haben wir echt eine geile Transferperiode hinter uns. Ja, mega. Es hängt halt tatsächlich vorne viel von André Bic. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen selber da so ein bisschen die Hände gebunden sind. Weil ganz ehrlich, von uns allen hat, glaube ich, jeder als allererstes mit einem Rebic-Abgang gerechnet. Und der ist jetzt halt noch da und keiner weiß genau, wie die Situation ist. Und die Verantwortlichen wissen es auch nicht. Sind aber wahrscheinlich tatsächlich auch vorbereitet. Ich glaube, diese ganzen Gedankenspiele, die wir hier haben, haben die drei, achtfach, neunfach viel mehr fondiertem Wissen als wir und viel mehr Alternativen im Kopf und viel mehr Möglichkeiten und weniger Emotionalität. Deswegen, wir haben es diesen Sommer schon oft gesagt und das ist schon als Eintracht-Fan ein neues Gefühl, aber man, ich habe echt Vertrauen, einfach zu denken, okay, die werden nicht mit Paciencia, Galcinovic und Jovelic in die Saison gehen. Da bin ich fest von überzeugt. Also nicht alleine mit denen, meinst du? Ja, klar. Na ja, genau. Also, das ist glaube ich nicht die A-Aufstellung. Am ersten Spieltag, wenn alle fit sind, alle Transfers abgeschlossen sind, glaube ich nicht, dass die Startaufstellung Paciencia, Jovelic, Galcinovic ist. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich auch überraschen, ja. Ja. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch passiert, wie wir festgestellt haben, die Transferphase ist noch lang. Und von daher kann da noch das ein oder andere passieren. Und bislang haben sie uns ja nicht damit enttäuscht, dass dann da gar nichts passiert und alles erst am letzten Tag ist ja immer schon dazwischen, was und wie Basti vorhin so richtig sagte, das wird jetzt Stück für Stück abgearbeitet und hoffen wir mal drauf, dass als nächstes dann Torwart kommt und dann reden wir mal noch über Sturm. Es ist so krass, ey, dieses Transfer, diese Transferperiode, die ist schon reichlich absurd. Also ich meine, diese Amiri, ich meine, okay, es hängt natürlich einfach damit zusammen, dass der wahrscheinlich eine Ablösesumme, also eine festgeschriebene hat. Aber wenn auf der anderen Seite halt der Robert Glatzl, der sehr ein guter Spieler ist, ja, also von Heidenheimer für sechs Millionen nach Kades wechselt, das finde ich schon fast alles absurd. Obwohl, Marvin, das bei Amiri war doch irgendwie seltsam, der hatte eine viel höhere vertraglich fixierte Ablösesumme, aber Hoffenheim konnte den deutlich günstiger jetzt verpflichten, da ging es irgendwie drum, der ist doch momentan, glaube ich, verletzt und wollte irgendwie keinen neuen Vertrag oder was, da ging es irgendwie drum, dass sie jetzt im Endeffekt das Geld einkassieren wollten, weil sie nächstes Jahr nichts mehr bekommen hätten und er im Endeffekt seinen Vertrag nicht verlängern wollte oder irgendwie sowas. Ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber es war ein seltsamer Wechsel, weil laut etlichen Transfergerüchten haben sie ja gesagt, er hat 17 Millionen oder was festgeschrieben und jetzt ist er für 9 Millionen weggegangen, einfach damit sie noch, die haben sich jetzt darauf geeinigt, weil er eben, glaube ich, verletzt ist. Aber nagel mich nicht fest, irgendwie sowas habe ich, glaube ich, vorher noch gelesen gehabt. Aber trotzdem, Robert Glatzl, auf jeden Fall ein Player hat einen geilen Namen, auf jeden Fall. Mützelglatzl. Armin. Was du da reininterpretierst. Aber der ist letztes Jahr erst von Kaislautern 2 gekommen, hat 13 Tore bei Heidenheim geschossen. Das ist schon echt nicht so schlecht, dass er jetzt nach Kader geht. Kann man mal ein Auge behalten. Na gut. Ja, ich glaube einfach abschließend kann man wirklich zu dem Thema auch sagen, es wird halt auch viel darauf ankommen, was Marvin vorhin schon angesprochen hat. Du musst halt auch mal erstmal jetzt auch mal ein paar loswerden. Das steht halt auch auf der Abarbeitungsliste. Du könntest nicht kaufen, kaufen, kaufen. Du musst halt wirklich auch, das hat die anderen am Ende 40, 45 Spieler. Ja. Da gibt es ja auch viele, die weg müssen. die dann auch nochmal gehaltfrei machen und so weiter. Ja. Was auch krass ist. Ich meine, man hat immer so das Gefühl, naja, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele verkaufen, weil die Leute fallen ja von alleine da trotzdem immer noch aus. Ja, bist du froh, wenn du ein paar mehr hast. Aber es wird halt dann doch einfach ein bisschen eng. Also ich meine, wie gesagt, niemand redet aktuell über Jetro Williams. Was ist mit ihm? Ja. Ich denke, Fernandes wird bleiben, aber die Frage ist halt auch, ja, was mache ich denn, wenn Fernandes bleibt mit de Guzman? Niemand hat aktuell zum Beispiel über Almami Touré gesprochen. Da waren wir froh, dass der im Winter kam. Aktuell ist das überhaupt, scheint es überhaupt nicht eine relevante Größe zu sein. Also das ist auch spannend, ne? Cavar ist noch da. Es sind so viele Spieler, die noch da sind. Ja, man hört ein bisschen was über Kamada, dass er vielleicht den Verein wieder verlässt. Aber insgesamt, Nikolai Müller hat ja auch keine Zukunft bei der Eintracht, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn es ein super sympathischer Typ ist. Stimmt, da brauchen wir auch nicht sprechen. Also da ist noch ein bisschen was. Fajet und Düsseldorf war jetzt nicht sicher, oder? Das war nicht fix, ne. Fajet hat natürlich jetzt die Schwierigkeit, dass er noch weniger spielen wird mit einem Hinteregger. Ja, also ich meine, dann hast du einen Tikka, Abraham, Hinteregger, hast Russ noch, hast Tutor noch, keine Ahnung, was du mit Tutor machen willst. Ja, schwierig. Also aktuell haben wir 33 Spieler im Kader, 34 werden wir Hinteregger dann jetzt auch schon mitzählen. Das ist halt schon, ja, du musst davon ausgehen, dass der eine oder andere noch ausfällt, aber dann hast du natürlich eine ganze Menge Menschen, die halt auf der Bank sitzen und ist die Frage, sind die damit einverstanden oder hast du dann nachher irgendwie dann so Stimmungskiller da mit in der Mannschaft sitzen? Also ich fand, oder da wollen, die wollen auch und die werden auch bis zum Ende dann noch ein paar Leute irgendwie an den Mann, an die Frau bringen, aber das ist halt einfach schwierig, weil der Markt, weiß nicht inwiefern der Markt da ist. Keine Ahnung, ob es einen Markt gibt für jemanden wie, ja, also du merkst ja, wir haben viele Spiele, für die es eigentlich keinen Markt gibt wie Mark Stendera. So, da gibt es nichts. Es gibt ja nie keine Interessenten, sonst wäre das schon längst über die Bühne gelaufen. Ich glaube mittlerweile, dass die Eintrechte denen auch kostenfrei, beziehungsweise die würden den verschenken. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber die wären froh, wenn er einen Verein findet. Und so eine Sache hast du mit Nikolai Müller genauso. Da willst du fast keine Ablöse mehr, da bist du nur froh, wenn der hat einen Verein, der spielt, alles ist gut, alles ist toddy. Genauso auch Tavata, glaube ich, würde niemandem jemanden im Stein einen Weg legen, wenn er sagt, hier, ich habe einen anderen Verein gefunden. Aber da ist der Markt aktuell irgendwie gar nicht da. Ja, der muss halt auch wahrscheinlich im Laufe der Zeit entstehen. Zumindest, vielleicht auch erst, wenn die Bundesliga wieder losgeht oder die dritte, zweitliga ist jetzt losgegangen, wenn die ersten Verletzungen kommen. Das ist halt auch oft so. Also oft müssen erst Dinge passieren, damit Dinge passieren. Das ist ein sehr philosophischer Satz. Aber, heute ist ja so vieles auf dem Podcast. Auf der einen Seite, ja, wenn sich Dinge öffnen. Wenn Dinge passieren, dann passieren andere Dinge. Ja. Das sind ja Sachen, die wissen wir noch nicht. Marvin hat es ja gesagt, weil wenn es ein natürliches Interesse gäbe, dann wäre das jetzt schon konkreter. Da muss jetzt vielleicht eins erst noch entstehen, durch gewisse Notwendigkeiten, die durch gewisse Unwägbarkeiten entstehen. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, nein. Können sich Dinge ergeben, durch andere Dinge, die hervorgerufen sind, durch Dinge. Auf jeden Fall. Ich glaube, trotz dieser verschwurbelten Reden hier gerade, dass die Leute tatsächlich trotzdem wissen, was sie meinen. Es muss wirklich irgendwas passieren, dass ein Verein, der auf der Position, wo Schneiderer spielt, irgendwie eigentlich jetzt schon fertig geplant hat, aber dann verletzen sich plötzlich zwei Leute und dann muss er ihn halt doch holen. Genau. Beispiel, Kittel verletzt sich, Hamburg plötzlich noch Interesse. So, so, so in der Art. Genau, so als Hamburg. Ja. Also, es passieren Dinge, damit Dinge passieren und wir haben noch 34 Tage Transferfenster, da passieren noch jede Menge Dinge. Das ist, glaube ich, abschließend, dieses Segment. Dann lasst uns jetzt mal zum Spielerischen kommen. Wir haben ja doch tatsächlich auch schon, obwohl die Bundesliga noch nicht angefangen hat, in einem tatsächlichen Wettbewerb, also nicht Trainings, hier, wie heißt es, Freundschaftsspiel, Pokal-Ding gespielt, sondern erste, oder für uns, ja für uns erste in der Realität zweite Quali-Runde für die Europa League hat stattgefunden, letzte Woche Donnerstag in Tallinn oder wie auch immer man das ausspricht. Basti, Marvin, ihr wart vor Ort. Wie war es denn da so? Schön. So, damit haben wir den Teil beendet. Hervorragend, genau. Und sonst so? Es war herausragend. Also, ich glaube, wir haben das alles relativ kurzfristig geplant. Der Drei-Tage-Trip ist mit einer Vier-Mann-Gruppe entstanden, durchgeführt worden und in einer exzessiv spaßigen Art und Weise auch hat er seine Abschlüsse gefunden. Es war einfach geil. Wir waren in Riga, wir waren in Riga, es war richtig toll, wir sind dann nach Lettland, sag ich schon, nach Tallinn dann gefahren, vier Stunden Fahrt, aber es hat alles so gut gepasst. Die Leute waren nett, wir hatten bestes Wetter, zwölf Grad, zehn Grad kälter als in Deutschland und immer noch angenehme Temperaturen. Ja, es war, und das Spiel an sich, muss man auch sagen, wenn wir jetzt hier zum Spieleritten-Aspekt kommen, ich war ja da wieder fit, nachdem der Schnaps am Tag zuvor irgendwie nicht ganz gut war, muss ich sagen, das war ein ordentliches Spiel, der Eintracht. Das war eine geile Partie von Tallinn, die sich wirklich reingehauen haben, haben sich reingehängt, die wussten, es gab selten ein Spiel, was für die so relevant war, würde ich echt behaupten. Und die haben, du hast keinen großartigen Klassenunterschied gemerkt, jeder sei an sein Limit gekommen, aber die Eintracht hat sich trotz einer kleinen Rumpeleinheit gefunden und hat ein bisschen Klasse bewiesen. Also für mich war das eine ordentliche Partie zu Beginn oder in der Mitte der Vorbereitungsphase. Kleines Stadion, wie war die Stimmung sonst im Stadion dann auch? War gut, also wie kleines Stadion waren jetzt natürlich nicht unfassbare Fanmassen da, aber die, die da waren, hatten Bock. Marvin hat es gesagt, geiles Wetter, Bier mit Schuss, sage ich mal. Also sind wir auch nicht gewohnt von Auswärtsfahrten, dass man da ganz normales Bier kriegt. Okay. Ja, Marvin hast du schon gesagt, Riga war echt geil, unsere Reisegruppe war halt auch echt gut, es war sehr, sehr, sehr lustig. In Riga haben wir dann sofort mehrere Bars gefunden, die echt alle ganz cool waren, sind dann auch, zumindest ich und Dominik, liebe Grüße, sind ziemlich spät nach Hause gekommen und mussten dann quasi direkt wieder los. Dementsprechend fertig, wir saßen im Auto, aber das war eine lange Fahrt und die Fahrt war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Du konntest da einfach mal links rausfahren, warst direkt am Meer, so direkt an der Landstraße quasi. Okay, cool. Dann sind wir in Tallinn angekommen, haben eingecheckt und dann ging es auch direkt weiter, direkt auf den Rathausplatz dort, wo dann auch schon vereinzelt Eintracht-Fans waren. Aber es war nicht so wie bei den anderen Europa-Bopp-Karl-Spielen, dass da Fanmassen waren, sondern viele haben sich einfach diese schöne Stadt Tallinn einfach angeschaut und haben sich dann später erst zum Fanmarsch getroffen. Sehr gut. Es war alles sehr, sehr entschleunigt, sehr, sehr entspannt. Alles dort, schönes Wetter, schöne alte Gebäude, schöne Altstadt. Die Leute waren gut drauf, Polizei dort war auch gar nicht präsent eigentlich. Ich habe eigentlich vielleicht zwei, drei, vier, fünf gesehen. Ganz wenig. Ganz wenig. Also es war wirklich alles entspannt. Also man hat wirklich gezeigt, wie es auch sein kann. Ganz easy zum Stadion gelaufen, eine halbe Stunde da reingekommen. Es gab Bier, die Leute waren sehr, sehr nett. Die haben uns sogar noch ein Bier ausgegeben da an dem Stand, weil wir haben gesagt, hier machen wir für 50 Euro Bier und dann hat er einfach noch eins oben drauf geschlagen. Also alles sehr, sehr nett. Das Stadion sah ein bisschen aus, muss man sagen, kleine Wermut, das Stadion sah ein bisschen aus wie das von Wolfsburg. Durch die grünen Sitze, die Fanmasse von den anderen auch. Alles ein bisschen an Wolfsburg erinnert, aber wir hatten dann coole Plätze dort und die Stimmung, wenn René die Frage zu beantworten hat, die Stimmung war sehr, sehr gut. Also die war Europapokal-Stimmung halt bei so einem Spiel und Marvin hat es gesagt, die waren sehr, sehr motiviert, die sind ja auch mitten in der Saison, ich glaube, die spielen im Kalenderjahr. Wir spielen im Kalenderjahr. Ja. Und du hast halt gemerkt, dass nicht viele Fans von denen da waren, aber sehr, sehr viele Zuschauer. Also die wussten schon, okay, hier ist jetzt was, hier geht was ab in der Stadt. Okay. Das Stadion war nicht so leer, wie es uns vorher angekündigt wurde, sondern da waren sehr, sehr viele, ich nenne es mal neutrale Zuschauer auch, die dann beim 1-1 natürlich auch mitgegangen sind. Also es war so ein, das wirkte ein bisschen so, wie wenn du bei einem, weiß ich nicht, Regionalligisten zum DFB-Pokal kommst, so. Die ganze Dorf freut sich oder so und die freuen sich alle und das hast du auch gemerkt, die Leute waren sehr, sehr nett. Okay. Problem ist, wenn ihr nach dem Spiel Informationen haben wollt, müsst ihr euch jetzt an Marvin wenden, weil meine setzen nach dem Schlussschiff aus. Also nein, Quatsch, meine Erinnerungen setzen dann aus, als mein Körper voller Rührung war, dass die Tallinn-Spieler auch in die Eintracht-Kurve gekommen sind, um zu applaudieren für den Support, Fairplay-mäßig und Applaus noch zurückgekriegt haben. Das heißt, am Ende standen da zwei Mannschaften, Eintracht und Tallinn und haben quasi die Eintracht-Kurve zugeklatscht und von der Eintracht-Kurve kam auch ein respektvoller Applaus zurück. Das waren schon rührende Szenen, muss ich sagen. War ein cooler Spirit, wie gesagt, ab jetzt müsst ihr euch an Marvin wenden. Aber das fände ich, aber ich finde es sehr schön, dass du es angesprochen hast. Das war eigentlich so mit so mein Highlight, was diese ganze Fahrt auch gut zusammenschreibt und zusammen, ja, zusammenfasst. Denn im Endeffekt hast du gemerkt, okay, hier sind zwei Teams, die haben irgendwie Bock auf Fußball, zwei unterschiedliche Fan-Länder beziehungsweise ja, Fan-Gruppierungen, aber es war alles ganz relaxed und es war wirklich eine richtig geile Auswärtsfahrt, insofern einfach, dass alles gepasst hat. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Mal keine große Stadt, wo du irgendwie eine Stunde Bus fahren musst und zum Stadion zu kommen. Du bist eingekesselt. Genau, du läufst ganz relaxed. Keine rivalisierenden Gruppierungen, sondern alles ganz easy peasy und wirklich am Ende, das war mit das Schönste, was ich auch gesehen habe, dass die Talent-Spiele wahrscheinlich auch selber irgendwie ganz geil fanden, dass mal Stimmung im Kessel war und dann hingelaufen sind und dann die Eintracht-Fans dann auch wirklich applaudiert haben und ich glaube, dass jetzt am Donnerstag das für die Talent-Spiele auch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre sein wird, vor 50.000 Leuten zu spielen. Das ist schon krass. Weiß man denn schon was, wie viele Auswärts-Fans erwartet werden? Habt ihr da Zahlen gehört? Ich sag jetzt einfach mal 130. Ich weiß es aber nicht. Ja, hätte ja sein können, dass da schon eigentlich Zahlen nicht gewesen sind. Es ist ja krass, weil es gibt ja auch nicht so viele engere Fans davon. Insofern auch kein Peil, was da genau passiert. Aber ich glaube, ich bin für jeden Fan dankbar. Würde ich schon cool finden, wenn die auch vielleicht so einen kleinen Trip hierher gemacht haben. Das ist halt auch alles unter der Woche. Wäre doch mal geil. Aber in die Richtung wären wahrscheinlich die Flüge etwas bezahlbarer. Ich wollte gerade sagen, was man so im Vorhinein gehört hat, was so Reiseplanungsmöglichkeiten sind und wie hoch der finanzielle Aufwand ist. Das war ja schon krass. Wahnsinn. Also ihr seid nicht umsonst über Riga geflogen, denke ich. Genau. Und das und B, wir saßen auch nicht umsonst die meiste Zeit in Verkehrsmitteln. Das muss man schon sagen. Verrückt, ja. Zehn Stunden Auto, fünf Stunden Flug. Trotzdem, Marvin hat es gesagt, es war trotzdem entspannt. Wir sind auf der Rückfahrt auch nochmal zu dem Strand. Haben uns krudeste Storys ausgedacht auf der Rückfahrt. Liebe Grüße, das bringe ich jetzt hier unter, liebe Grüße an den Brenkator. Okay. Geil, müsst ihr nicht verstehen. Werdet ihr bald verstehen. Kommt bald Literatur zu raus. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall war es, es ist trotzdem nicht, es war nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also es ist nicht so, dass du denkst, boah, fünf Stunden Auto. Sondern selbst diese Autofahrten waren, du bist dadurch irgendwie in so einem Wald vorbeigefahren, wo auch Häuser im Wald standen. Es war ein sehr, sehr, ja, interessantes Surrounding, sag ich mal. Okay. Ja, wir haben ja die Stadt, wir haben ja das Land auch kennengelernt, muss man echt sagen. Dadurch, das ist ja so, wenn du halt viel lang rumfährst und hältst die Augen offen, die mussten auch die ganze Zeit pipi oder mussten halt mal Kippenpausen machen, da siehst du dann sowieso noch mehr, wenn du nicht komplett fertig fährst. Und das ist ja dann auch ganz geil, also das ist ja dann auch schön. Wurden sogar von einem Storch angefallen, was sind da. Ja. Ein Problemstorch. Problemstorch, Ronny hat uns auch besucht, ja. Ja. Uha. Genau. Uha. Und ja, das war einfach echt eine schöne, also wir haben das Land, die beiden Länder irgendwie schätzen gelernt, fand ich. Und ja, aber die Storys sind halt trotzdem irgendwie grandios, die werden sich für immer in meinem Kopf einpflanzen. Ich muss echt sagen, wenn du im Halbjahr halb besoffen noch irgendwelche Geschichten dir ausdenkst und die so weit eskalieren, dass du denkst, du könntest damit Staatskrisen auslösen, dann weißt du, dass du ordentlich gefeiert hast. Okay. Liebe Grüße, liebe Grüße an die Reisebären, Lossner und Dominik. Das klingt nach einem sehr gelungenen Trip, würde ich sagen. Ja, auch sportlich, natürlich hat die Eintracht so ein bisschen Sand im Getriebe noch gehabt, aber ich glaube, das hat auch keiner anders erwartet. Die Eintracht hätte natürlich auch 4-5-1 gewinnen können, aber wir haben es schon gesagt, engagierte Leistung von Tallinn und trotzdem einfach auswärts gewonnen. und ich denke, wenn René jetzt in seiner Supergabe zur Strukturierung zum Rückspiel kommt, da werden wir uns nicht viel Sorgen machen müssen. Was sind denn eure Erwartungen für das Rückspiel? Das wird locker runtergespielt. Denke ich auch, ja. Ich glaube, die Ausgangslage ist durch das 2-1-1-Spiel. Eintracht gewinnt unspektakulär 2-0. Leute, ein Spektakel oder ein Highlight hatte ich noch bei dem Talentspiel spielerisch. Die Flanke von Da Costa. Er kann es ja doch. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe mir gedacht, er hat es verlernt. Das Ding war ja wirklich super und dass natürlich Juwelitsch das Ding dann so reinbläst, ist natürlich auch eine super Sache. Das hat mich bei dem Spielzug fast noch mehr beeindruckt, weil das hätte ich in dem Moment halt nicht erwartet. Das war so ein bisschen das, was mir im letzten Jahr das eine oder andere Mal gefehlt hat. Ja, die Flanke von Da Costa war sehr, sehr genau, aber der Blick, den Juwelitsch da für den Raum hat, der bleibt bis zu der Sekunde, wo der Ball den Fuß von Da Costa verlässt, genau auf der gleichen Höhe mit den beiden Abwehrspielern und genau in dem Moment, wo er sieht, das Ding kommt angeflogen, sprintet er diese zwei Schritte nach vorne und lässt halt dem gegnerischen Torhüter überhaupt keine Chance. Das hat mich fast sogar noch mehr beeindruckt. War auf jeden Fall geil. Ja, und man muss sagen, was ich auch geil fand bei ihm, das hat jetzt sportlich nichts damit zu tun, aber dass er das direkt zu den Fans so geil war. Ja, geil. Das fand ich auch geil. Cooler Typ. Einer arroganter Jubel auch hat mir gefallen. Definitiv. Ja, da habe ich auch einen Moment überlegt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen der Faktor ist, nach dem Motto, okay, ich stehe hier, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, weil kann die Sprache vielleicht noch nicht so richtig, also machen wir mal halt irgendwas, was jeder versteht. Aber ich muss auch mal sagen, da waren schon gute Spielzüge dabei. Also, ich habe gesehen, wie Kostic schon wieder Bock hatte, ja, da waren richtig gute Dinger dabei. Also es ist nicht nur, auch wenn die gerade mitten in der Vorbereitung wandern, hast du im Ansatz schon gemerkt, okay, geil, da sind schon wieder Leute auf dem Platz, die schon eine Lust auf Fußball haben. Ja, Kostic auf Rebic, hin und her die ganze Zeit, das hat mir gut gefallen. Gleichzeitig ein Spieler, den ihr wahrscheinlich sehr viel kritischer gesehen habt als ihr, als ich, aber ich fand ehrlich gesagt, die, ja, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie Core dirigiert hat, das hat mir auch gut gefallen. Natürlich hat er viel Fehlpässe gemacht, es hat nicht alles gepasst. Aber allein die Tatsache, dass er eine gewisse Präsenz auf dem Platz gezeigt hat, das ist auch ein guter Ansatz. Toro, muss ich sagen, der Silent Killer mehr oder weniger, ne? Labert ungleich weniger, das macht er alles Core. Aber bevor er jetzt unglaublich nörglich spielt und zum zehnten Mal nicht genau weiß, was mit dem Ball passiert, haut er einfach mal drauf. Auch mal eine Möglichkeit, kann man mal machen. Also das sind für mich ein paar positive Aspekte, die natürlich bei dem Gegner nicht zu hoch zu bewerten sind, aber die mir zeigen, da steht schon eine Manche auf dem Platz, die durchaus schon wieder Bock auf Fußball haben. So ist es. Auf jeden Fall. Mit Toro hast du was Schönes gesagt. Ich fand auch schön, dass er ja sein eigenes Tor eigentlich selbst vorbereitet hatte. Ich glaube, der Pass kam ja dann von ihm über die Station mit Abraham, dann den Raum gut erkannt, eingelaufen. Klar ist jetzt das kein super, super Maßstab gewesen, aber ich denke, der wird uns in der Saison auch viel Freude bringen. Wenn er gesund bleibt, glaube ich, ist das wirklich ein prima Spieler, auf dem wir gut aufbauen können. Ja, also ich meine, allein schon, dass er das Selbstvertrauen hat und auch von wegen, okay, komm, ich sehe jetzt hier keine Anspielstationen, ich weiß, dass ich schießen kann, ich hau da jetzt einfach mal drauf, wenn es klappt, klappt es, wenn es nicht klappt, dann auch gut. Also das zeigt halt schon, dass er sehr wichtig für das Mittelfeld sein kann. Auf jeden Fall. Ja, Rückspiel sagt ja, wird solide runtergespielt, die Hütte wird wahrscheinlich mehr als voll sein. Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich auch von aus, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen. Eventuell sogar schon den einen oder anderen Spieler noch mehr im Saft und noch mehr Automatismen eventuell schon erkennbar sind. Also ich denke, da geht gut was, ja. Aber du hast da einen Punkt angesprochen, Dennis, in der kurzen Vorbesprechung, was durchaus ein bisschen problematischer werden kann, oder? Ja, unser heutiges Schwerpunktthema, wie wir es ja immer so schön jetzt nennen, mit den schönen Kontrollen bezüglich überfüllte Blöcke, geht eigentlich heute, zumindest bei einigen ging heute Post ein, die eben Dauerkarten in den Blöcken 36 bis 42 innehaben. Und ich glaube, es geht aber nicht nur um die Spiele im Endeffekt Liga-Betrieb, sondern auch um die Internationalen und DFB-Pokale. Und zwar, die Blöcke sind ja seit längerer Zeit sehr, sehr überfüllt. Jeder, der da unten steht, wird es auch schon mitbekommen haben. Die Leute drücken sich immer weiter rein und man denkt manchmal, meine Güte, wo kommen die denn alle her? Die Eintracht hat das natürlich auch erkannt und will jetzt entsprechend härter durchgreifen. Es geht unter anderem um Karten. Ja, manche haben anscheinend tatsächlich Fälschenkarten oder drucken Karten mit einem anderen Block aus und zeigen die dann vor, damit sie in die Blöcke reinkommen. Achtung, hier auch nochmal, juristisch bin ich zwar nicht so bewandert, aber hier geht es ja wirklich um Betrug dann. Also sehr, sehr gefährlich, sowas zu machen, würde ich davon sehr, sehr abraten. Aber auch der typische Blocktausch, also Kartentausch, um entsprechend Leute, die in einem anderen Block eigentlich eine Karte haben, mit in den Block zu nehmen, ist auch nicht mehr gerne gesehen und wird angeblich jetzt sehr hart kontrolliert an den Eingängen. Es kann sein, dass Personalien kontrolliert werden. Also wenn ihr eure Karte weitergegeben habt und ihr werdet dabei erwischt, jetzt kommen wir zu der großen Krux, weil wenn es kontrolliert wird, das hat keine Konsequenzen, wäre es ja egal. Die Karten können jetzt wohl dann gesperrt werden und ihr habt leider dann keine Chance mehr ins Stadion reinzukommen für verschiedene Spiele. Heißt also, muss man schauen, die Eintracht hat das heute in einem größeren Schreiben an verschiedene, wahrscheinlich an die Dauerkarteninhaber teilweise verschickt, ob ihr es schon habt oder nicht. Keine Ahnung, woran das dann liegt. Jetzt muss man natürlich schauen, sie wollen diese Maßnahmen jetzt erst mal überprüfen, ob das eine Wirkung hat und die Blöcke dadurch weniger voll sind. Wenn das nicht die Wirkung hat, die sie sich erwünschen, sollen angeblich bauliche Maßnahmen dafür sorgen, dass tatsächlich vor den Blöcken oder in den Blöcken dann nochmal die Karte so ausgelesen wird und geschaut wird, dass auch nur die Leute reinkommen, die rein dürfen. Dann wahrscheinlich auch nochmal Personalienkontrolle und so weiter, einfach damit die Karten nicht weitergegeben werden. Also sehr, sehr interessante Option. Man muss wirklich sagen, klar ist es nervig, dass die Blöcke so überfüllt sind. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Wird auf jeden Fall spannend. Wie seht ihr denn das Thema? Also es ist erst mal für mich nachvollziehbar, wenn sie sagen, okay, das Ding wird halt einfach irgendwie extrem voll und es scheint ja auch zumindest nach dem Foto, was ich gesehen habe von dem Schreiben, auch gewesen sein, dass es da reichlich Beschwerden gab. Es ist natürlich dann auch immer so ein Sicherheitsthema, wenn so ein Block halt einfach extrem voll ist und von hinten die Leute da immer irgendwie nachschieben. Ich stelle es mir halt schwierig vor, das halt wirklich zu kontrollieren. Also ich würde jetzt erst mal davon ausgehen, dass bei den nächsten Spielen es zu reichlich Verzögerungen kommen wird, in diesen Block hineinzukommen, weil da halt einfach ja dann nochmal so ein Flaschenhals da entsteht. Was du halt in erster Linie damit rausfilterst, sind wahrscheinlich dann diese nachgemachten Karten, weil die wirst du ja in irgendeiner Art und Weise erkennen können. Diese Thematik mit irgendwie Blocktausch oder irgendwas, die wirst du wahrscheinlich da nur bedingt irgendwie mit rauskriegen. Aber es wird natürlich erst mal, würde ich jetzt davon ausgehen, zu reichlich Verzögerungen beim Betreten des Blocks kommen. Sowohl zum Beginn als auch dann zur Halbzeit. Also du kannst eigentlich in der Halbzeitpause fast gar nicht mehr raus, weil wenn du draußen bist, musst du dich wahrscheinlich schon wieder umdrehen und schon wieder an der Schlange anstellen, dass du dann auch rechtzeitig zum Ende der Halbzeit wieder reinkommst. So ist es wahrscheinlich. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da habe ich mir noch gar keine abschließenden Gedanken zu gemacht, weil ich habe das auch schon gemacht. Ich sage, also es ist ja manchmal so, dass irgendwie, weiß ich nicht, es kommt ein Freund mit, der nicht immer da ist und dann nimmst du ihn halt mit zu dir. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder schon mal irgendwie gemacht. Also da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie mit den heißen Breit drum herum reden, aber es ist nachvollziehbar, dass das schwierig wird. Ich finde das nicht schlimm, wenn das ein vereinzelpassives Problem ist, wenn aus vielen vereinzelten Dingern dann so ein gesamtes Ding wird und du dann, ich glaube, es geht halt auch oft um den 40er Block. Ich glaube, das ist so der beliebteste Block und da so die Stimmung am krassesten ist. Wenn das dann wirklich da so ist, dass du dann fast praktisch gar nicht mehr stehen kannst, dann wird es natürlich zum Problem auch nicht nur für die Verantwortlichen, sondern auch für die Fans dort drin. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im 40er Block die Leute sind, die 40er Karten haben, die da auch keinen Bock drauf haben, dass du dann praktisch da gar nicht mehr stehen kannst. Das ist aber sogar im 42er auch manchmal, Basti. Also es geht schon rüber, das weicht aus. Ich glaube, das ist halt auch oft das Thema, dass Leute Sitzplatz haben und einfach einen Stehplatz wollen. Das ist, glaube ich, das Ding. Und das Problem wurde ja dann auch erkannt langfristig, dass man sagt, okay, man will das Stadion erweitern und eine komplette Stehtribüne hinter dem Tor haben. Dann kann man wahrscheinlich die Nachfrage nach Stehplätzen komplett abdecken erst mal. Was ich auch wichtig finden würde, gerade, weil Helmut hat es immer wieder gesagt, gerade, dass du eine junge Fang-Generation nicht dadurch verlierst, dass die Preise zu hoch sind und oder du einfach auch gar keine Stehplatzkarte mehr kriegst, weil die ja alle ausverkauft sind immer. Fände ich wichtig zu denken, selbst wenn der Stehblock dann mal nicht immer komplett voll ist, sondern dass man sagt, jeder, der irgendwie 13 ist, kann sich für 15 Euro eine Karte kaufen für den Stehplatz. Genau, so sieht es aus, ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, gerade was so die Altersstruktur der Fanszene betrifft, aber auch soziale Unterschiede irgendwie egal sein lässt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt noch nicht so und wie das dann gelöst wird, das ist für mich die entscheidende Frage. Da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung. Wie soll das gehen? Also werden die dann mein Ausweiskonto? Den können sie ja machen. Angeblich, ja. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Dein Ticket ist ja alles Personal. Das wird wahrscheinlich stichpromatisch passieren. Ja, ja. Die können ja nicht jeden Ausweis kontrollieren. Mein Problem ist schon, das wäre immer natürlich sehr sehr. Weil ich es zu Hause lasse, weil ich immer nur das Allernötigste mit in meinem Problem habe. Ich wollte gerade sagen, das tun eigentlich die meisten. Also ich kenne auch viele, die dann einfach wirklich nur, was weiß ich, Karte und irgendwie ein bisschen Bargeld einstecken und Handy und mehr halt oft nicht dabei haben. Also bei den ersten Spielen sollte man auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt was dabei haben, weil es einfach jetzt mal verstärkt gemacht wird. Ob es dann langfristig auch so gemacht wird, ist ja auch immer die Frage. Ich habe das auch in dem Schreiben so verstanden, als wäre es tatsächlich einmal wegen den vielen Beschwerden generell über die Überfülltheit, aber auch, dass irgendwelche, ich sage mal, Institutionen darauf schon eingewegt haben, haben gesagt, eure Rettungswege sind nicht frei. Hier kann kein Rettungsteam rein. Wenn hier evakuiert werden muss, sind die Treppen nicht frei, etc. Also es scheint auch Sicherheitsbedenken zu geben, was natürlich dann dazu führen wird, dass es irgendwie auch hart kontrollieren und durchsetzen müssen. Also müssen wir gucken, ob es nicht irgendwie jetzt auch so geht, weil ob dann, wie auch immer, das dann mit einer baulichen Maßnahme, wie sie es so schön in dem Schreiben, ja beschreiben, gelöst werden kann und wie die dann aussieht, da bin ich dann auch mal gespannt. Tja, also ich finde das nicht so richtig geil, muss ich sagen. Also auch die Tatsache dann mit Ausweisen und so weiter und so fort. Also wenn du, du hast deinen Fan-Ausweis beziehungsweise du hast deinen Ausweis, der dir ja die Möglichkeit gibt, ins Stadion zu gehen, das heißt, du hast die Karte und da hast du dann dementsprechend Anspruch. Das, man sollte eher damit, ja wie soll ich sagen, dagegen anwirken, dass es halt keine Fälschung gibt. Dann muss ich halt mir ein anderes System überlegen, dass ich halt Karten, dass Karten nicht zweimal irgendwie in den Verkehr kommen können, kann ich, ich finde das sowieso absurd genug wird, dass es überhaupt möglich ist, ja. Hätte ich gar nicht mehr gedacht. Da geht es darum, du hast ja heute diese Ausdruckkarten, Print at Home machen ja viele und da wird einfach dann die, sag ich jetzt mal, der Block so und so, wird dann einfach auf der Karte, wird draufgeschrieben, eingescannt, neu ausgedruckt und so gehen wohl viele in diese Blöcke rein. Das ist wohl, also mit dem Block 40 schreiben sie dann drauf, im Endeffekt an der Stelle, wo jetzt vorher Block 32 stand oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das ist ja, es wäre nur, wenn du die Karte nochmal elektronisch vorne ausliest, weil so wird ja immer nur die Karte vorgezeigt und die schauen, was steht drauf. Was für ein Blockbuchstabe steht drauf oder ein normaler. Genau, genau, genau. Und ich glaube, darum geht es, so haben die das zumindest erklärt, dass da schon mal Karten, das habe ich auch hier von einem anderen noch gehört gehabt, der hat gesagt, da wurde wohl schon immer mal kontrolliert und geguckt, ob eventuell ein sehr schlechter Druck oder das nicht richtig gelesen werden konnte. Dabei ist rausgekommen, oh, hier sind ja manche unterwegs, die haben gar nicht für diesen Block die Karte in Wirklichkeit. Die haben zwar, weil für die erste, genau, um überhaupt ins Stadion reinzukommen, aufs Gelände zu kommen, brauchst du ja eine gültige Karte und dann brauchst du ja eigentlich nur noch eine, die im Endeffekt dir suggeriert, ich habe ja eine 40er und da wird nicht noch mal kontrolliert, ist das auch eine gültige Karte. Das heißt, auch wenn wir jetzt im Endeffekt sagen, wie könnte das getestet werden, könnte die Karte oben noch mal ausgelesen werden. Das wäre eine Möglichkeit, das auszuschließen. Die es eben am Haupteingang ist. Genau, damit könntest du es ausschließen. Dann wirst du halt wirklich konsequent entweder Leute mit so einem Handscanner da hinstellen, die das dann nochmal, oder du machst halt wirklich bauliche Maßnahmen und hast dann da noch mal irgendwie so eine Schleuse, dann hast du natürlich, dauert es extrem lang. Das ist halt die Frage, was sie da jetzt machen. Bin ich wirklich gespannt, wie es jetzt bei den ersten Spielen, ob es jetzt auch schon bei der Europa League umgesetzt wird, weil keine Ahnung, nach welchem Muster da versendet wurde, auch mit der Post. Manche haben es anscheinend gar nicht bekommen. Ich habe es auch nicht. Das ist sehr seltsam. Der Frank hatte gerade eben im Chat geschrieben, er hat es auch heute bekommen und ich sehe da jetzt keine Einschränkungen von Ligaspielen, sondern es ist eine generelle Aussage. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch jetzt am Donnerstag schon passieren wird. Okay, also Ausweis mitnehmen. Zwar ist es Fall Ausweis eventuell mitnehmen und halt damit rechnen, dass es zu Verzögerung beim Betreten ist. Aber auf meiner Euroleague-Karte steht doch mein Name gar nicht. Ah, stimmt. Die sind nicht personalisiert. Bei Euroleague wird es eng, glaube ich. Ich finde es extrem schwierig. Das muss ich nochmal ganz klar festhalten. Ich weiß auch nicht, wie die rechtlichen Bestimmungen sind. Vielleicht regelt das alles das Hausrecht, aber gerade ein Personalausweis, der ist normalerweise nur staatlichen Behörden gegenüber vorzuzeigen. Also das heißt, also natürlich ja, Ausweis, wahrscheinlich regelt das Hausrecht, weil ich kann mich ja erinnern, in den Diskurs mussten wir auch manchmal einen Ausweis vorzeigen, aber vielleicht mussten wir da, aber vielleicht war die Altersfeststellung da noch eine andere, als, hier geht es ja nicht um eine Altersfeststellung. So, weißt du? Keine Ahnung. Finde ich einen schwierigen Bereich, bei dem ich mich auch noch nicht so auskenne, aber normalerweise musst du jetzt nicht irgendjemand, wenn du jetzt hier ein Eis kaufen willst, musst du auch nicht sagen, ja, Personalausweis. Ja, und es würde halt auch schwierig werden, weil auf diesen Tageskarten, das schreibt der Philipp auch gerade im Chat, steht natürlich auch gar kein Name drauf. Die sind ja auch nicht personalisiert. Genau. Da kannst du es höchstens über den Sitz machen. Oh Gott, du kannst nicht aufwendig. Ehrlich gesagt, das ist quasi nicht umzusetzen gegen Tallinn, sorry. Ja. Ja, wird spannend. Also, könnte noch zu dem, zu dem ein oder anderen Diskussionspunkt gerade zum Beginn der Saison führen. Ich bin mal gespannt, was ihr dann da berichten werdet von den nächsten. Wir bleiben dran. Nach unseren Informationen ist das noch nicht klar. Auch da müssen wahrscheinlich Dinge passieren, damit andere Dinge passieren können, oder Basti? Wir werden die Dinge beobachten und gucken, wie die Auswirkungen auf diese Dinge sein werden. Ja. Ja, auf jeden Fall könnte das noch ein interessantes Thema werden, aber es ist definitiv nachvollziehbar, dass das zu Schwierigkeiten führt. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Gut, dann haben wir dieses Schwerpunktthema für diese Woche auch rum und können dann, glaube ich, zu einer von unseren zwei neuen Kategorien übergehen. Wir haben zu beiden Kategorien heute vor 20 Jahren und Was macht eigentlich wunderbare Jingles vom Rufen wieder mal geschickt bekommen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ja, sehr cool. Dankeschön, ja. Den Jingle zu Heute vor 20 Jahren werdet ihr heute noch nicht hören, weil wir sind immer noch in der Vorbereitung, da hat sich jetzt noch nicht so viel getan, auch vor 20 Jahren nicht. Da werden wir dann nächste Woche, wenn wir über Pokal und so weiter sprechen, mehr hören. Aber zu dem Was macht eigentlich den Jingle hört ihr jetzt, weil das ist die Kategorie, die jetzt kommt. Und ich hoffe, ich erwische jetzt die richtige Taste diesmal. Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich Ja, was macht eigentlich Was macht eigentlich Verspricht Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der Du weißt schon, wen ich meine Mir fällt einfach gerade Sein Name nicht mehr ein Das ist doch ein guter Jürgens Song, oder? Das kann doch ja wahr sein. Ich meine ja. So herausragend. Herausragend. Sehr großartig. Wahnsinn, ja. Sehr, sehr großartig. Vielen Dank, Rufen, für den Jingle. Und wie gesagt, den anderen hört ihr dann nächste Woche. Und jetzt müssen wir über einen Spieler sprechen. Und auf den Spieler bin ich gekommen. Und ihr könnt gleich mal raten, wer es ist. Ich habe nämlich im Urlaub mit meinem Sohn das alte Eintracht-Quartett aus der Saison 2008-2009 ausgekramt. Geil. Und wir haben nicht Quartett, Schwarzer Peter, Eintracht-Schwarzer Peter und haben Schwarzer Peter gespielt. Natürlich ist der Schwarze Peter, wie sollte es nicht anders da sein, der Schiedsrichter. Muss ja so sein. Und da bin ich auf einen Spieler gestoßen, wo ich mir gedacht habe, was, wie, wo? Und habe dann jetzt noch mal bei Transfermarkt nachgeguckt und ihr könnt jetzt mal raten, auf wen ich gekommen bin. Das passt natürlich zu einer unserer beiden Verpflichtungen, die jetzt in den vergangenen Tagen getätigt wurden. Was glaubt ihr denn, wer es denn ist? Sehr kryptischer Hinweis. Ja, also. Okay. Kannst du das noch mal wiederholen? Wegen der Position oder was? Wegen der Position, genau. Kannst du zumindest die Position sagen? Defensives Mittelfeld. 2008, 2009 hast du gemeint, Yes. Ich habe, ich habe ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt nicht mal irgendwie das Gerüst der Mannschaft im Kopf. Das war so eine dunkle Zeit. Wer hat denn da noch Nikolov etc.? Ah, der Chat hat es erraten. Wow, krass. Und zwar ist die Rede von Yunichi Inamato. Er, Inamoto, Entschuldigung. Das hat jemand im Chat erraten. Ja, der Alex hat Inamoto geschrieben. Respekt. Respekt. Das ist nicht schlecht. Genau, der kam. Ja, nein, eigentlich kein schlechter Kicker gewesen. Eigentlich kein schlechter Kicker. Ich wollte gerade sagen, der hat auch so ein, damals fand ich den geil, weil der hatte, glaube ich, so einen eigenen Pepsi-Werbespot in Japan. Ja, ich meine. Und da für eine Fackel an. Ja. Der kam von Galatasaray ablösefrei damals in der Saison 7, 8 und ist zwei Jahre geblieben, ist am Ende der Saison 19 dann gegangen, ablösefrei wieder zu Startrennen und hat vorher schon eine ganze Menge Transfers vorgehabt, war unter anderem bei Arsenal, war bei Fulham, war also schon viel unterwegs, hat ganz viel auch bei Cardiff und Westbrom sich rumgetrieben. Aber immer nur ein halbes Jahr oder sowas, oder? Ja, immer mal so ein halbes Jahr, ein Jahr, war halt viel bewegt und Startrennen und Spiel derzeit tatsächlich noch mit 39 Jahren in der dritten japanischen Liga beziehungsweise spielt, ist sehr relativ, er war in der letzten Saison lange verletzt und ist jetzt wieder verletzt mit, was war es, ich glaube, Kreuzbandriss. Ach du Scheiße. Aber ist mit 39 da immer noch unterwegs. Will sich aber nochmal rankämpfen oder was? Ja, glaube ich jetzt nicht. Spannend war, ich habe mir bei Transfermarkt diese Marktwertkurve angeguckt und die hat tatsächlich das hoch, als er bei der Eintracht war und dann geht es einfach nur noch steil bergab. Das war das Höchste. Das war das Höchste, als er von Galatasaray zu uns auch über Arsenal oder was? gekommen ist, war der geschätzte Marktwert, da muss man ja immer davon ausgehen, dass das so ein bisschen Philosophiepreise sind, so bei zweieinhalb Millionen und danach ging es dann nur noch rapide bergab. Okay. Krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Nö, ich auch nicht. war eigentlich schon ein solider Kicker. Weißt du, weißt du, das war glaube ich auch ähnliche Zeit, als so ein Spieler mir echt Kopfschmerzen bereitet, weil ich den so geil fand eigentlich bei einem anderen Klub, der aber dann halt irgendwie bei der Eintracht nie gespielt hat. Bei Ramovic. Schlatern bei Ramovic. War doch ähnliche Zeit, glaube ich. Der hat immer so eine merkwürdige, ich glaube so am C hatte der irgendwie eine merkwürdige Entzündung oder so. Ja, ja, das war diese C-Geschichte, der kam ja quasi schon verletzt. Und das hat sich ja dann nachher nie erholt. Das war auch. Den fand ich auch immer geil. Da war ich getraurig, dass der nicht gespielt hat. Fand ich bei Schalke so geil, ein cooler Typ irgendwie. Freiburg auch. Ja, und dann irgendwann hast du gedacht, Scheiße, jetzt geil, jetzt wurde es immer so ein Typ, der ja eigentlich fast über dem Niveau der Eintracht damals war. Und keine Ahnung, eigentlich müsste ich auch mal wissen, wie es dem jetzt so geht. Ich glaube, der ist dann irgendwie Trainer geworden, aber was er da genau gemacht hat, ich weiß nur, der hat irgendwann im Interview mal erzählt, dass er immer noch Schmerzen hat. Was ich dann auch echt krass fand. Schon richtig bitter. Aber geil, in der Motto, der war doch auch Nationalspieler, ne? Der war auch Nationalspieler, hat 43 Spiele für die Eintracht gemacht in den zwei Saisons und eine Torvorlage. War ja nicht seine Aufgabe auch. Nee, war als defensives Mittelfeld definitiv nicht seine Aufgabe. Ich fand es nur irgendwie... Ich fand ihn sehr solide. Ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt, als er gespielt hat. Ob ich das jetzt mit Fakten noch belegen kann, don't know. Ich verbinde auch positive Gefühle mit ihm, muss ich sagen. Das ist nicht bei jedem Ex-Spieler der Eintracht so. Nein. Ich war nur total überrascht, wie gesagt, als ich nachgeguckt habe und festgestellt habe, dass er eben mit 39 Jahren immer noch als aktiver Spieler geführt wird. Also auch lange drüber eigentlich. Auf der Position auf jeden Fall, ja. Hat auch diese Saison schon vier Spiele gemacht in der dritten japanischen Liga. Das werde ich mal beobachten jetzt. Ja. Google Alert. Kannst ja vielleicht im Wettbrötchen mal gucken, ob ihr da den einen oder anderen Tipp drauf verwerten könnt. Ja, Inamoto ist Gott. Nein. Ja, cool. Geile Spielerinnen, muss ich sagen. Sehr gut. Lange nicht mehr dran gedacht, an Inamoto. Nee. Nee. Mal gucken, wenn wir da nächste Woche auf unserer Liste haben. Sache. Sehr schön. So, und dann müssen wir jetzt mal noch über eine Hörerfrage. Ich bin schon wieder auf den falschen Knopf gekommen. Was ist das denn für ein Knopf? Hast du zufällig noch einen Insektenpodcast gehört? So, ich spiele Ihnen folgendes Geräusch ein, liebe Zuhörer. Und raten Sie, was ist es als nächstes? Ja, das ist noch übrig. Die gemeine Feldgrille. Ja, das ist noch übrig vom Dschungelcamp-Podcast. Ja, okay. Wow. It's been a while. Nein. Hörerfrage, die kommt vom Luca. Und zwar, das passt so ein bisschen zu diesem Thema, was wir vorhin im Schwerpunkt hatten. Und zwar seine Frage, was wir von dem geplanten Stadionausbau und dem Ausbau der Nordwestkurve halten. Habe ich ja lustigerweise schon beantwortet. Ja, passt auch. Stimme ich auch voll zu. Auch gerade der Aspekt, nicht nur geile Stimmung, wenn dann natürlich noch mehr Leute, die auch meistens ja im Stehblock doch die Stimmungstreiber sind, sondern auch die jungen Leute ins Stadion holen, gerade die, die richtig Bock haben, die auch lange, lange, lange und gerade die Problematik, das ist ja eigentlich diese Krux, die, die im Endeffekt immer auch für Gästeblöcke und so weiter dann ihre Karten holen und die Stimmung mit in der Nordwestkurve vorantreiben, für die ist das bestimmt dann auch eine Möglichkeit, da auf dem legalen Weg ins Stadion in den richtigen Flock zu kommen. Also ich finde es gut, ich finde es prinzipiell sehr gut und ich denke auch, dass wir die Kapazität und mittlerweile auch den, ja, eigentlich dieses Standing haben, dass wir das Stadion auch, wenn noch ein paar Tausend mehr reinpassen, auch voll bekommen. Also um das voll zu bekommen, da würde ich mir halt ernsthaft keine Gedanken machen. Ja doch, aber ich glaube, wenn da sich jemand Gedanken macht, sind die gar nicht so unberechtigt. Genau, wenn du als Tabellenachter am elften Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim spielst, kommen keine 75.000, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber gut, wenn wir trotzdem irgendwann Vierter sind und spielen zu Hause gegen, weiß ich nicht, Bayern, Dortmund, Hamburg, falls die mal jemals wiederkommt. Also die Eiserat hat auf jeden Fall Potenzial, fünf bis sechs Spiele die Saison zu haben, wo 75.000 Zuschauer kommen, das sehe ich schon. Denke ich auch, ja. Die Eintracht ist auch ehrlich gesagt ein bisschen von der Bundesliga abhängig. Ich habe nämlich heute mein Kicker-Manager-Team gemacht, übrigens kurzer Hint, könnt ihr euch auch wieder anmelden, die Liga heißt gleich, ich glaube an die Teilnehmer sind auch die automatischen Einladungen wieder eingegangen. Ansonsten kann die Liga gefunden werden und Eintracht-Frankfurt-Podcast, ganz einfach. Ab wo ich mein Kicker-Manager-Team aufgestellt habe, dann, man sieht schon in den letzten Jahren eine Tendenz, die Top-Spieler werden weniger und auch so die richtigen Knaller-Fereine auch. Also du spielst halt wirklich eine Saison, du spielst zu Hause gegen Augsburg, du spielst zu Hause gegen Mainz, du spielst zu Hause gegen Hoffenheim, du spielst zu Hause gegen Wolfsburg, du spielst zu Hause gegen Leverkusen, du spielst zu Hause gegen Paderborn, du spielst zu Hause gegen Freiburg. Das werden niemals Spiele sein, die 70.000, 80.000 Leute hier in Frankfurt ins Stadion bringen können. Das wäre, glaube ich, aber anders, Das ist echt spannend, das zu sehen. Also ich finde die Idee, diese Erweiterung auf jeden Fall sinnvoll und du merkst ja, die Mahn ist auf jeden Fall da. Es gibt diese Fans, die Bock haben, das Rad dann noch ein bisschen weiterzudrehen, aber die Frage ist halt, je nachdem, wie die Attraktivität der Bundesliga weitergeht, ob das halt das aufrechterhalten kann, weil ich meine, wir müssen, wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als würde jedes Spiel an einem ungünstigsten Zeitpunkt gegen Hoffenheim unglaublich viele Leute ins Stadion locken. Das muss nicht immer so sein und ja, bleibt spannend. Andererseits ist es mehr auch die Möglichkeit für andere Leute auch mal ins Stadion zu gehen, die vielleicht nicht sonst so oft ins Stadion gehen, vielleicht auch neue Räume erschließen für junge Fans, finde ich auch nicht schlecht. Deshalb aber auch ja die Karten möglichst günstig machen, weil wenn du jetzt noch drei, vier Business Seed reinmachst, denke ich, ich werde nicht viel bei rumkommen, vielleicht für die Sponsoren keine Ahnung, ob dann, da sitzen dann halt wieder welche, die im Endeffekt eh nicht zu die Karten bezahlt haben und eventuell von irgendjemandem eingeladen werden. Kann man sicherlich auch machen. Überhaupt einer sitzt, ich kenne das von einem Bekannten von mir, ein Lieferant von denen hat eine Loge im Stadion und die kriegen da quasi regelmäßig irgendwie die Karten angeboten, weil die halt sonst irgendwie da keiner hingeht. Ja, ja, aber die Warteliste für Business Seeds ist schon lange. Also wenn du jetzt einen haben willst, kriegst du nicht sofort einen. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind trotzdem auch wichtige, ja, wie soll man es sagen, finanziellste Eintracht. Du kannst es ja alles erweitern. Einfach das Steil wird halt einfach allgemein grüßt. Genau. Da gibt es einen riesen Stehplatzding. Du kannst aber, glaube ich, auch da noch Potenziale ausschöpfen. Also ich glaube nicht, dass da auch das Ende erreicht ist bei Logen und Business Seeds. Also von daher, die Frage ist, steht und fällt halt immer mit dem sportlichen Erfolg, ehrlich gesagt, weil diese Leute, die jetzt da sind bei Eintracht und ich, das finde ich gar nicht so schlimm, das ist klar, dass du bei solchen Sachen auch Eventis reinziehst und das ist bei uns ja noch echt überschaubar, weil ein Dings da ist. Potenzial ist da. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ihr einfach 13. wird? Aber wie viele Dauerkarten haben wir jetzt verkauft? Wie viele Dauerkarten sind es jetzt? Was sind das? 27.000? 28.000? Also ich sage mal, das ist ja schon mal als Grundbasis schon mal mega geil, aber macht es natürlich auch, ich finde, das macht den Ausbau alleine schon dadurch notwendig, damit man den Leuten auf dem freien Markt wieder ein bisschen die Möglichkeit gibt, zu interagieren. Und wir haben ja schon auch in der letzten Folge, in der langen Folge auch darüber gesprochen gehabt, es ist ja auch sowas, klar sind jetzt so welche die sagen, ach so Mann, Event, was ist denn jetzt die Woche? Ach, dann wird mal eine Zeitung guckt, ach, da spielt ja die Eintracht, geil, fahre ich mal hin. Ist ja momentan unmöglich, musst ja fünf Jahre vorher und dann morgens um 10 Uhr werden die Tickets freigeschaltet und um 5 nach 10 ist alles ausverkauft. Ich glaube, diesen Markt kannst du, und da bin ich voll auch bei euch, mal andere Fans ein bisschen ranführen, eventuell auch einen Familienblog nochmal zu machen, wo du ein bisschen was vergünstigt machst. ich denke, da geht schon was. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und der Seppel hat das auch in den Chat geschrieben, 31.000 Dauerkarten. 30.000 waren es bislang jedes Jahr und sie haben dieses Jahr ja nochmal um die 1.000 aufgestockt, das hatte ich auch noch im Kopf und damit gehen jetzt in dieser Saison 31.000 Dauerkarten raus und ich bin mir ziemlich sicher, die sind alle weg. Ja, logisch, die sind schon alle weg, aber wie krass das ist, ich meine, wir waren mal bei einer Entwicklung, wo es wesentlich weniger war und jetzt allein 31.000 dauerhaft verkauft zu haben, ne, also du hast einen Mindestverkauf immer von 31.000 Tickets, das ist schon mal eine richtig große Hausnummer, ne, also das darf man nicht vernachlässigen, aber Du darfst auch nicht vernachlässigen, das können wir auch noch an der Stelle gerade mit nachreichen, wir hatten im letzten Jahr einen Besucherschnitt bei allen Heimspielen der Bundesliga von 49.700, also das Ding war quasi in jedem Spiel fast ausverkauft. Ja, und ich würde es trotzdem gut finden, wenn das halt dementsprechend ein bisschen erweitert wird, damit auch Familienmitglieder, die halt jetzt genau auch mal ein paar Kinder mitnehmen wollen, auch ein bisschen leichter an Karten kommen, das merke ich im eigenen Bekanntenkreis, es ist durchaus nicht immer so unproblematisch, dann einfach an Karten zu kommen, das hat der Dennis ja eben schon wunderbar illustriert. Ne, du musst dir halt wirklich, wenn du da, ich gehöre ja auch zu denen, die keine Dauerkarte haben, sondern dann halt wirklich einzeln irgendwie mal kaufen oder halt mal Glück haben, dass sie mal von irgendeinem die Dauerkarte für ein Spiel übernehmen können, du musst halt schon dir irgendwie langweilige Spiele aussuchen, wenn du an der Tageskasse irgendwie eine Karte kriegen willst. Ja, gehe ich prinzipiell mit, man muss nur trotzdem bedenken, dass das ja auch ganz schnell wieder ändern kann. Also das ist jetzt aktuell, die aktuelle Situation ist ja trotzdem Ausnahmesituation. Ja, das ist in der Tat auch richtig. Also du wirst dann auch in einem, wenn du ein 75.000 Mann Stadion hast, wirst du dann plötzlich auch mal für 38.000 Leuten gegen Hoffenheim spielen. Ist so, auf jeden Fall. Ja klar, das macht natürlich einen ganz anderen, wirkt halt ganz anders, wenn du ein 50.000 Mann Stadion hast, was irgendwie mit 40.000 nur voll ist oder wie du Basti sagt, eins für 70.000, was mit 40.000 nur voll ist. Das macht halt schon einen reichlichen Unterschied, so rein von der Atmosphäre her. Aber es ist ja gut, wenn die Eintracht denkt, dass sie eine Entwicklung nimmt, dass sie das machen könnte. Also von daher. Es wird sowieso eine spannende Zeit. Gerade, das ist ja nur ein Aspekt. Der andere Aspekt, der auch relevant sein wird, ist die Frage, wie sieht es dann mit der Vermarktung des Stadions generell aus? Da hat ja die Eintracht dann auch die, ja wie soll ich sagen, die Hand am Hebel. Es geht ja noch darum, wer tritt künftig dann irgendwann noch ins Stadion ein und wird dort irgendwie, ja wie soll ich sagen, Konzerte abhalten. Dann wie sieht es aus mit dem Catering? Welches Bier? Wie teuer wird das? Da sind ja auch noch viele Dinge, zumindest nicht ungeklärt oder sind auch ungeklärt, sondern oder werden halt noch geklärt. Da bin ich auch gespannt, wie das weiterläuft. Das ist auf jeden Fall spannend. Eine Sache, die mit dem Ausbau des Stadions noch mich so ein bisschen beschäftigt hat, war es hieß doch irgendwann mal oder vielleicht habe ich das auch falsch aufgefasst gehabt, dass bis eben so ein Umbau und richtiger Ausbau gemacht werden kann, ein Umbau eventuell auch stattfinden kann, in dem erweiterte Bereiche als Stehplätze ausgewiesen werden und die momentanen Sitzplätze dafür weichen könnten. Du hast also dadurch eine erhöhte Kapazität, natürlich im Durchschnitt geringere Preise, aber durch die Mehrzahl an Leuten, die da sind, gleicht es sich ja wohl wieder aus, angeblich. Es war irgendwann mal, entweder war es nur eine Idee oder ich hatte es mal irgendwo in Bezug auf diesen Stadionumbau, Stadionausbau gelesen. Habt ihr da irgendwie auch mal was zugehört oder ist da, wie seht ihr das generell, dass man sagt, okay, momentan haben wir diese drei Blöcke im Endeffekt und theoretisch könnte man ja auch den Oberrang komplett, ja, die Bestuhlung entfernen, in Anführungszeichen. Die Leute, ich weiß nicht, ob das natürlich den Leuten, die jetzt einen Sitzplatz haben, die haben für einen Sitzplatz bezahlt, die wollen vielleicht auch sitzen, aber es gibt da bestimmt auch Bereiche, die gerne von Stehern genutzt werden würden. Wie seht ihr das denn? Weil dieser Ausbau, da bin ich schon auch bei euch, es ist ein bisschen schwierig, vielleicht jetzt da ein riesen Ding, ein riesen Fass aufzumachen, aber vielleicht wäre das ja auch eine einfache Lösung, das relativ schnell umsetzen zu können. Aber, denn wir kennen das ja, die Bestuhlung ist ja sehr schnell zu entfernen und hinzusetzen, also wäre ja eigentlich jetzt nicht das Riesenproblem, vielleicht auch die zu spiel zu schauen. Wenn du auch gewinnen würdest, das kann ich gar nicht einschätzen. Gewinnen an Kapazität von Leuten, die rein können. Du kannst pro Block 2500 Leute, ja glaube ich, stellen, die du reingeben darfst. Weil wenn da Sitze sind? Sind es glaube ich 200 oder sowas? Ich weiß es nicht. Also das ist Faktor 10? Das ist schon enorm, aber ich glaube ich, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist relativ groß. Faktor 10 ist ein bisschen zu hoch, aber ich glaube schon, ich meine mal irgendwann, was gelesen habe zu haben, dass das so ein Unterschied von so 20 bis 25 Prozent ist, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Okay. Aber das wäre dann doch nicht so viel. Ist ja dann nicht so viel, ja. Da kommen wir vielleicht auf 55.000 zu. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber gut, nee, dann, ich dachte es wäre, ich dachte tatsächlich, dass es deutlich mehr wäre, aber wie gesagt. Du kannst ja so einen Ausbau, du kannst ja trotzdem so einen Mittelweg finden zwischen dem, was wir gesagt haben, dass du einfach komplett hinter dem Tor eine Stehtribüne machst, wo du wirklich den Bedarf für junge Leute auch, die neu zu Eintrag kommen wollen, die einfach sich mal einen Stehplatz-Tageskarte auch mal kaufen können, weil mittlerweile denkst du ja, Stehplatz-Zofort-Dauer-Karte. Dass du aber das Stadion nicht auf 75.000 hochballerst, sondern vielleicht auf 62. Also da gibt es ja auch noch mal Abstufungen dazwischen, zu sagen, okay, wir erhöhen die Kapazität vielleicht, ja, das 65, was weiß ich, ich weiß nicht, die werden da bessere Erhebungen haben. 60 ist ja wohl der Plan, also knappe 60.000, also 8.500 mehr als jetzt. Nur 60, nicht 8.000. Ach, nur 60. Ja gut, das finde ich eine realistische Nummer, ich habe irgendwo 75.000 gelesen. Nee, 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 also Plan, zumindest was ich gelesen habe, ist 60 und Perspektive. Das ist auf jeden Fall wünschenswert, egal wie, finde ich. Und tatsächlich Ausbau von Stehplätzen und dann soll quasi unter der, unter den Tribünen, ist ja noch mal dieser Logenring, der soll auf der einen, an der einen Stelle dann quasi wegfallen und dafür durch, sollte die Tribüne von oben nach unten verlängert werden, sodass du dann quasi da noch mal durchgehst. Ah, okay. Okay. Ja. Das ist so aktuell der Plan von so einem Übergangsding, wie du es gerade eben beschrieben hast, hatte ich jetzt bislang nichts, nichts gefunden. Okay. Kannst du natürlich perspektivisch machen, aber weiß ich nicht, wie du schon sagst, da gibt es ja Menschen, die aktuell da Dauerkarten haben, die die ja für Sitzplatzdauerkarte bezahlt haben. Dann hast du wieder die Diskussion mit denen, ob die jetzt dann wirklich stehen oder sitzen wollen. Schwierig. Dann musst du denen halt auch im Zweifelsfall wieder Geld zurückgeben, weil natürlich eine Sitzplatzdauerkarte teurer ist als eine Stehplatzdauerkarte. Ja, erheblich auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ja. Müssen wir ja nicht heute entscheiden. Nee. Aber ich finde, so die Erweiterung in dem Level ist durchaus noch okay bei 75. Das hätte ich für ein bisschen sehr übertrieben gehalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das noch irgendwann weitergeht. Also da müssen wir halt auch mal sehen, wie es läuft, aber ob dann irgendwann das Rad noch weiter gedreht werden kann oder ob dann wirklich ein Ausbau her muss. Mal gucken. Ja gut, irgendwann ist das natürlich auch so ein bisschen begrenzt. Also du kannst das Ding jetzt nicht beliebig weit irgendwie ergänzen. Ja, nach unten setzen kannst du es wahrscheinlich auch nicht, deswegen. Ja, deswegen. Also es wird halt dann auch immer wieder schwierig und ich würde halt auch einen weiteren Ausbau immer an diesen sportlichen oder Erfolg und an die Interesse der Fans halt auch koppeln. So wie Basti gesagt hat, nicht, dass du dann nachher dauerhaft so ein Stadion hast, wo irgendwie 75.000 da reingehen und du kriegst halt nur irgendwie für 40.000 Karten verkauft. Ja, das kostet ja auch alles Geld. Das ist schon klar. Also wenn die merken, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr. Aber mal gucken. Ja, wird auf jeden Fall noch spannend, aber erstmal ist dieser Ausbau durchaus wünschenswert und wie ja die Diskussion vorhin mit dem mit dem Blocktausch und mit den Kontrollen gezeigt hat, ist ja durchaus auch der Bedarf da. Ja, gut. Damit haben wir dann die Frage von Luca auch beantwortet und ja, kommen zur guten Tat der Woche. Wir haben diese Woche tatsächlich eine gute Tat und jetzt bemühe ich mich wirklich sehr, hier den richtigen Knopf auf meinem Soundboard zu treffen. Nicht, dass hier wieder die Grillen um die Ecke kommen und wenn ich Glück habe, habe ich jetzt den Finger am richtigen Knopf für den Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zuhause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt verinnern müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Und die gute Tat der Woche wurde uns diesmal nochmal geschickt von Thomas. Wir hatten sie, glaube ich, vorher schon mal mitgeteilt bekommen in der Sommerpause und Thomas hatte uns jetzt nochmal daran erinnert. Und zwar geht es da um die Aktion Rettet Elliot. Elliot ist ein kleiner Junge, der an Krebs erkrankt ist, der da schon Behandlungen bekommen hat. Aber wie das leider so ist, Krebs ist ein Arschloch und ist in diesem Fall wieder zurück. Und es stehen sehr aufwendige und kostspielige Behandlungen an, die auch in Deutschland wohl nicht durchgeführt werden können, sondern die teilweise im Ausland gemacht werden müssen. Das heißt, da kommen natürlich auch noch Kosten für Reisen und so weiter mit dazu. Und der kleine Mann hat einen großen Wunsch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Er möchte, wenn er erwachsen ist, Polizist sein und die Eintracht sehen und vielleicht auch mal als Polizist im Stadion tätig sein. und braucht einfach die Hilfe. Und da gibt es natürlich den großen Aufruf zu spenden. Und ja, wenn man als Stadiongänger auf eine Wurst und ein Bier verzichtet, dann kommt da ja schon ein bisschen was zusammen und im Gegensatz dann einfach diesen Betrag spendet. Dann kann man dem kleinen Mann helfen, den Kampf gegen den Krebs fortzuführen. Ich verlinke euch die Seite von, was ist das, meintracht.blog und auch von Rettet Elliot selbst. Gibt auch noch mal so ein Facebook-Ding, da könnt ihr dann auch noch mal gucken. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und willens seid, beim nächsten Stadionbesuch auf ein Bier und eine Wurst zu verzichten und dafür das lieber hier an dieser Stelle zu spenden, dann wisst ihr, wo ihr die Infos dazu findet. Super Sache. Ich hoffe, dass das irgendwie auch erfolgreich ist. Drück mir die Daumen, ja. Ist ja doch ein bisschen auch Werbung jetzt schon gemacht worden und auch auf Instagram habe ich ein bisschen was gesehen. Also auf jeden Fall eine coole Sache und ich finde es schön, dass sich da so Eintracht-Fans jeglicher Couleur irgendwie zusammenfinden, um für den kleinen Frechdachs da was zu spenden. Ja, sehr gut, ja. Wir verlinken das euch und dann spendet doch bitte. Extra dafür haben wir diese eigentlich abgeschaffte Kategorie wieder hergeholt. Also ich denke, das war nichts. Ja, 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 ja. Aber in dem Fall mehr als gerechtfertigt, sie aus der Versenkung zu holen. Gut, und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie und da möchte ich noch kurz ergänzen. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Wir versuchen so dieses Dummschwätzer-Thema so ein bisschen außen vor zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil wir im letzten Jahr das Gefühl hatten, dass das so ein bisschen überhand genommen hat. Wir werden auch das vielleicht wieder rausholen, wenn wir einen tatsächlich besprechenswerten Dummschwätzer haben, aber wir müssen jetzt nicht jede Woche über das 43. komische Interview von Bratzow oder irgendwas sprechen. Aber empfehlen wollen wir euch. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn ihr komische Dinge und flache Wortwitze hören wollt, dann schaut euch Fußball 2000 an und damit kommen wir jetzt zu den Empfehlungen. Na, ihr habt scharf geschossen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Da ist die Welt wieder in Ordnung. So, reden wir erst über das Open-Air-Kino oder machen wir erst die anderen Empfehlungen? Wie du möchtest. Wie ich möchte. Dann machen wir erst die anderen Empfehlungen und machen die große Empfehlung dann am Ende. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte euch gerne den Kicker-Meets-the-Zone-Podcast so ein bisschen empfehlen, zumindestens. Da ist jetzt bislang erst eine Folge raus und da ist Freddy Bobic zu Gast. Ich fand, sie haben ihm sehr gute Fragen gestellt. Das ist nicht so dieses klassische Wer kommt denn da noch alles und so Dingens Fragen, sondern schon eigentlich interessante Fragen, die auch mal so ein bisschen in die Hintergründe gehen, wie so die Arbeit als Sportmanager ist und so ein bisschen drumherum und wie er das alles erlebt. Also ich fand die Fragen sehr gut gestellt. Muss aber auch dazu sagen, ich habe eine andere Wahrnehmung oder einen anderen Wunsch, wie so, wenn sich etwas Podcast nennt, wie es zu sein hat. Das wirkte für mich schon eigentlich eher wie so eine klassische Radiosendung. Ich habe eigentlich jede Sekunde darauf gewartet, dass der Jingle kommt und dann mir irgendwie, was weiß ich, was in den Charts gerade eben gespielt wird, da mir ins Ohr brüllt. Also es wirkt eigentlich eher wie so eine Radiosendung, wo man die Musik dazwischen vergessen hat und Stau und Wetter und sonst irgendwas. Wenn man damit umgehen kann und das für einen akzeptabel ist, dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut anhören. Mir war das so ein bisschen zu, ja, zu geschliffen, aber ja, vielleicht für euch da draußen nicht. Auf jeden Fall die 20 Minuten, die sie mit Freddy Bobic gesprochen haben, waren sehr interessant und da habe ich euch den Link dazu mal in die Shownotes. Ich fand es tatsächlich auch ganz gut, wie Franzke, Julian Franzke auch interviewt wurde, kam ja auch zu Wort am Anfang, hat so ein bisschen über seinen Werdegang berichtet, beziehungsweise auch, wie er die Eintracht zieht. Das fand ich auch ganz spannend. Also ich kann es auch empfehlen, ich habe den Bobic-Teil noch gar nicht fertig gehört, insofern kann ich dazu nichts sagen, aber bei dem zuvor schließe ich mich gerne an. Bin mal gespannt, wie viel da jetzt kommt und ob da auch jetzt nochmal andere Themen und welche andere Themen da behandelt werden. Der Podcast mag, ich sage euch, liebe Leute, er wird immer größer. Irgendjemand hat den Hype gestartet und er geht weiter. Und was ich dabei auch noch sehr auffällig fand, war die Musikauswahl, die erinnerte mich an einen gewissen anderen befreundeten Wrestling-Podcast so ein bisschen von der Richtung. Stimmt, ja. Müsste ich mal fragen. Ja. Vielleicht könnte ja da noch irgendwas... Das kann sogar sein, dass das gar kein Zufall ist. Müsste ich mal nachfragen. Ja, frag mal. Weil der eine Moderator... Wie heißen die beiden? Benni Zander heißt der eine, ne? Benni Zander und... Zander und Jasper kennen sich deswegen. Ah, okay. Es war so ein bisschen von der Richtung her kam mir das doch sehr ähnlich vor. Was empfehlt ihr denn noch so? Die Sonderhefte sind draußen und von denen... Ich hab früher, als ich heranwachsender war, hab ich mir eigentlich immer alles gekauft, weil ich dachte, geil, geil, geil. Mittlerweile sind bei den Sonderheften bei mir nur noch die Elffreunde und der Kicker übrig geblieben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kaufe ich mir den Kicker eigentlich auch nur noch aus Tradition. Wirklich, was Neues steht da nicht mehr drin, beziehungsweise ist das das schon überholt. Also mein Favorit, das Elffreunde-Sonderheft zur neuen Saison. Das finde ich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Kann ich auch wieder ohne eingeschränkt empfehlen. Das gönne ich mir auch noch auf jeden Fall. Ja, das steht bei mir auch noch auf der Einkaufsliste. Und ihr könnt am, ich hab's ja schon mal gesagt, am Kicker-Manager-Spiel wieder teilnehmen. Die meisten, die letztes Jahr dabei waren, haben eine automatische Einladung, kriegt, müsst ihr nur annehmen. Wenn neu dabei sein, wer die Kicker-Manager-Liga hat für Interactive-Teams heißt Eidra Frankfurt Podcast. Total überraschend, was die Namenswahl angeht. Und ich werde die Einladung annehmen. Bin gespannt, wen ihr ins Rennen schickt. Ja, vielleicht müsste ich mich da auch mal wieder bemühen. Irgendwie Kicker-Manager war in den letzten Jahren immer nicht so meins. Ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen das Interesse dran verloren, genauso wie Kickdip auch bei mir irgendwie so ein bisschen ausgelaufen ist. Es hat alles irgendwie so ein bisschen überhand genommen in letzter Zeit. Naja. Aber, das ist eine gute Empfehlung trotzdem. Vielleicht brauche ich mal wieder mit. Okay. Dennis hat gesagt, er hat nichts. Marvin, hast du noch etwas, was du uns empfehlen möchtest? Nein. Nein. Es gibt keine Empfehlung. Ich kann euch die neue Fußball 2000 empfehlen, weil da sind schockierende Szenen auf jeden Fall zu sehen. Marvin und ich rangeln. Rangeln im Pool. Ja, so. Ganz witzig. Genau. Das schreiben wir auf. Die neue Fußball 2000 mit Rangeleien im Pool. Ich glaube, besser kann es nicht werden. Nee. Das ist, ja, vielleicht. auf anderen Portalen bald auf wahrscheinlich. Ja. Wie ist das? Darf die vor 22 Uhr gezeigt werden? Ja. Ausnahmswoord. Wir haben die Szenen, wo Marvin und ich uns dann unsere Kleidung entledigen, rausgeschnitten. Sehr gut. Sehr gut. Das hängt aber alles damit zusammen, dass wir nächstes Jahr ein Trip, dass wir nächstes Jahr einen Trip zur Selbstfindung, zur sexuellen Selbstfindung machen werden. Okay. Das sind so die ersten Schritte auf jeden Fall. Erzähl mehr, Marvin. Erzähl mehr. Mehr dann nächstes Jahr. Nein, 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 nein. Und wir möchten an dieser Stelle... Das ist alles auch Teil unseres Wochen. Die Brenkator-Verschwörung. Ja, die große Brenkator-Verschwörung. Wir möchten aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass für die Folge von Fußball 2000 keine Flamingos zu Schaden gekommen sind. Nee, das auf keinen Fall. Alles friedlich geblieben. Die sind an anderer Stelle zu Schaden gekommen. Erneute Grüße an Pion Beaver, die einer dieser Flamingos entführt haben. Ich wusste, dass das funktioniert. Und Tambrino, du brauchst jetzt gar nicht so betreten, an die Wand schauen, du wirst mithätten. Obwohl Heike Berufke auch vor Ort war. Eieieiei, was denn das ist? Den Case mache ich noch mal auf. Ja, ich wollte gerade sagen, hören Sie mehr dazu demnächst in einer Sonderfolge von Verurteilt. Genau. Flamingo-Gate. Der Flamingo-Fall. Ja. Gut. Bevor das hier total irgendwie ins Abstruse abdriftet, müssen wir noch eine gemeinsame Empfehlung schräg schräg Ankündigung machen. Und zwar geht es um das Open-Air-Kino in Rüsselsheim. Genauer gesagt, das Sommerkino im Altwerk. Das haben wir übernommen. Das haben wir noch nicht übernommen. Wir planen die teilweise Übernahme für einen einzelnen Abend, nämlich den 9. August. Da wird nämlich dort der Pokalfilm gezeigt. Die Rückkehr des Pokals. Einlass ist ab 19 Uhr. Film startet so um die 21 Uhr, wenn ich das richtig gelesen habe, ist Eintritt 9 Euro. Und wir hatten uns ja schon vor längerem mal überlegt, man könnte mal wieder so eine kleine Art Sommerfest-Hörer-Treffen Dies-Das-Ananas veranstalten. Und was eignet sich dafür natürlich besser, als wenn man da hingeht, ihr müsst den Eintritt bezahlen. Vielleicht können wir da noch was kartenmäßig organisieren, behaltet da mal die Social Media im Auge, zumindest für einige von euch. Und ja, dann können wir das ein oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen und gemeinsam den Pokalfilm schauen. Der lohnt es sich ja auch noch ein zweites, drittes, viertes oder achtzentes Mal zu schauen, je nachdem, wie das der Fall ist. Also wenn ihr da Bock drauf habt und am 9. August noch nichts vorhabt, das ist übrigens ein Freitag, dann könntet ihr euch ja mal auf den Weg machen und wenn ich Bastis Beschreibung für ihn richtig verstanden habe, ist das auch quasi direkt ums Eck von der Bahnstation Rüsselsheim. Also quasi auch relativ easy zu erreichen. Genau und man kann auch und finde die Hörer werden es jetzt schon wissen, man kann auch, wenn man dann zurückfährt mit der Bahn, leicht den Hauptbahnhof erreichen, wo das eine oder andere Etablishment ist, wo man noch weiter trinken könnte. Also, das muss nicht das Ende sein, dieser Film. Aber finde ich eigentlich ganz cool, weil man hat ja zwei Stunden Zeit beim Einlassen ein bisschen zu babbeln, Wetter ist hoffentlich gut, dann abends läuft der Film mit emotionalen Szenen. Geil. Danach, wer noch Bock hat. Danach kann auch, wollte ich gerade sagen, Marvin hat er noch gar nicht gesehen. Aber hast du nicht die Rekorde? mit Marvin beim Weinen an? Ich habe die Blu-Ray, aber ich habe sie noch nicht geschaut. Ah, okay. Und dann, danach muss sie noch nicht zu Ende sein, weil René meinte ja schon, es ist freitags und, liebe Freunde, die Eintracht spielt erst sonntags in Mannheim, das heißt, samstags haben wir nicht so viel vor. Keine Ausrede. Lange können wir unterwegs sein. Wird interessant, glaube ich. Die Adresse ist, Bahnhofsplatz 1, also das ist easy, easy peasy zu finden, auch mit dem Auto dann. René hat ja gesagt, und der Link zu dem Kino wird auch in die Show-Notes gestellt. Ist das richtig, René? Das ist richtig. Look on, wie der Österreicher sagt. Aber nur mal festzuhalten, wir verdienen keinen Center daran. Nein, nein, nein. Wir sind einfach nur da. Das Ding ist, wir hatten einfach, als wir so ein bisschen intern gesprochen hatten, haben wir überlegt, wann können wir so einen kleinen Saisonauftakt, Sommerfest, mäßige Nummer machen. Ja, viel war da nicht übrig, weil wir auch ständig alle unterwegs sind. Da ist uns das Pokalwochenende dann irgendwie gekommen und dann als wir gesehen haben, dass das dann da ist, haben wir gedacht, gut, das würde sich ja eventuell anbieten und sowas hast du gesagt, neun Euro ist jetzt ja auch nicht unfassbar viel. Genau, also neun Euro Eintritt kann man, glaube ich, und wir müssen nichts organisieren. Ja. Das ist wie, wenn du Geburtstag feierst und denkst, ja, ja, ich feiere in der Bar. Du musst nichts aufräumen, musst nichts machen, kannst nach Hause gehen. Ja, muss keine Scherben aufkehren, muss keine Getränke auffüllen. Muss keine Nachbarn besänftigen, die sich beschweren. Ja, Polizei kommt sowieso, also von daher alles wie immer. Ist doch eigentlich ganz geil. Genau. Also ich denke, für jeden was dabei und wie gesagt, vielleicht können wir wirklich noch was organisieren in Sachen. Vielleicht können wir ein paar Freikarten noch verlosen, schauen wir mal. Genau, wir gucken mal, was da geht. Behaltet, wie gesagt, mal die Social Media vorrangig, Twitter in dem Fall im Auge. Und werden wir da mal verkünden, wenn wir da was erreicht haben. Und ansonsten freuen wir uns über zahlreiches Erscheinen. Wie gesagt, Eintritt 9 Euro geht an den Veranstalter und dann haben wir da einen gemeinsamen schönen Abend, gucken den Film, reichen dem Marvin ein Taschentuch und ein Kaltgetränk und dann ist alles gut. So der Plan. Ja, meine Herren, dann haben wir doch auch diese Folge wunderbarerweise zu Ende gebracht. Ohne Schmatzen, ohne Grillenzippen, stimmt nicht, die waren dabei. Ja, wir wünschen allen denen, die am Donnerstag im Stadion sind, einen wunderschönen Fußballabend. Stellt euch, wie gesagt, eventuell bei den Stehblöcken mit verschärften Kontrollen ein. Also von daher vielleicht eher fünf Minuten früher dahin und noch ein extra Wegbier für die Schlange mitnehmen. Ja, und ansonsten gucken wir mal in der nächsten Woche. Kann es sein, dass es zeitlich nochmal so ein bisschen Verschiebungen gibt. Die Arbeit ist da leider so ein bisschen der Spielverderber nächste Woche. Auch da vielleicht mal die Social Media im Auge behalten. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche irgendwie in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. 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 Hei, hei, hei Sch trafficking's Hei, hei, hei Bis zum nächsten Mal.